Herzlich Willkommen beim Nerdwelten Podcast. Hier unterhalten sich Hadi Hessdörfer, Ben Dibbert und Daniel Cloutier. Meistens über alte Spiele, manchmal aber auch über andere nerdige Dinge. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Servus Daniel. Hi Hadi, grüß dich. Daniel, in unserer Folge 150 über Surtex Jacket Alliance haben wir immer wieder auch UFO Enemy Unknown angeschnitten und betont, dass wir über dieses Spiel auch irgendwann, eines Tages, mal sprechen müssen. Und Daniel, the time is now. Wie die Zeit vergeht, oder? So schnell. Und noch dazu mit dem wirklich schicken neuen Design für unsere Episoden-Cover. Da haben wir seit unserer Red Steel Folge den Layouter Dennis an Bord, der ab sofort auch für die Nerdwelten-Cover zuständig ist. Willkommen im Team. Ja, herzlich Willkommen. Ja, zum heutigen Thema. Das ist wieder eines, wo ich wirklich sehr viel Ehrfurcht vor der Aufnahme habe, weil wir über eines der, vielleicht sogar über das Spiel sprechen, das ich in meinem Leben, also zumindest bisher, am meisten gespielt habe. Naja, okay, vielleicht doch eher den Nachfolger, Terror from the Deep, aber das sind ja nahezu identische Spiele. Ich denke, da werden wir später auch ein bisschen drüber sprechen. Wir sind auf jeden Fall zum Zeitpunkt dieser Aufnahme schon im sechsten Jahr des Nerdwelten-Podcasts und von Tag 1 an stand für mich fest, dass UFO eines Tages hier Thema sein wird. Das stand, glaube ich, mit den ersten zwei, drei Titeln auf meiner Liste, die ich mir damals zusammengestellt habe. Ich habe da eine sehr warme Erinnerung an dieses Spiel zu der Zeit, als ich in zwei Sitzungen je zwei Weisheitszähne gezogen bekommen habe. Und dann musste ich von der Schule natürlich immer zu Hause bleiben ein paar Tage und dann habe ich mich vor den Rechner gesetzt und habe den ganzen Tag UFO gespielt. Glorreich. Welchen Bezug hast du denn zum Spiel, Daniel? Ich hatte das damals auch sehr gerne gespielt. Ich weiß aber gar nicht mehr, wie viel, weil ich habe es später nicht mehr rausgeholt gehabt. Da habe ich dann eher andere Taktik-Spiele gespielt und habe da auch sehr warme Erinnerungen dran. Ich fand das einfach eine tolle Mischung. Da kommen wir dann auch im Detail noch zu, was das alles mitbringt. Und das war ja 1994, also noch so in dieser hohen, großen Zeit meiner jugendlichen Spielelaufbahn und ist für mich ein absoluter Klassiker im Taktik-Bereich. Ich hatte es bei mir nicht ganz so auf der Liste. Da bin ich vielleicht dann doch wieder zu Amiga geprägt. Das gab es auch auf dem Amiga. Das gab es auch auf dem Amiga, aber da hatte ich keinen Amiga mehr. Das habe ich auch oft ausgespielt damals, genau. Okay. Naja, was ist UFO Enemy Unknown überhaupt für ein Spiel? Es ist eine Mischung aus Rundentaktik mit Wirtschaftspart und einer Prise Rollenspiel. Also sehr ähnlich wie Jacket Alliance, nur eben mit einer anderen Gewichtung. Der Titel verrät uns schon mal, dass es um eine Alien-Invasion geht. Das Spiel erschien aber unter unterschiedlichen Titeln. Genau, das kam ja raus für, wie du schon sagtest, für den Amiga und CD32 und DOS auf Diskette und CD. Das war jetzt dann eher so meine Wahl. Aber auch für die Playstation und für Windows. Und während jetzt in Europa, also die europäischen Versionen, den Titel UFO Enemy Unknown trugen, da hat man in den USA den Namen XCOM UFO Defense, also XCOM mit Bindestrich verwendet. Und was mir jetzt aufgefallen ist, im Spiel, da ist der Bindestrich weggefallen. Also da waren sie sehr flexibel, was den Namen angeht. Und auf der Playstation, da wurde dann beides nochmal durcheinander geworfen. Da heißt es dann XCOM Enemy Unknown. Da hat man dann alles mit dabei. Das ist initial im März 1994 in Europa erschienen für die Heimcomputer und dann im Sommer in den Vereinigten Staaten. Für die Playstation gab es dann später sogar noch eine japanische Version. Und die PSX-Variante, die ist auch mit der Playstation-Mouse kompatibel. Habe ich zwar nie gespielt, aber das ist doch ein schöner Fun-Fact. Da hätte ich es vielleicht eher gespielt mit der Maus dann auf der Playstation. Ah, ich weiß nicht. Also mich haben früher ja solche Strategieknaller auf Konsole immer ein bisschen abgeschreckt. Es gab ja auch Civilization 2, meine ich, gab es auf der ersten Playstation und XCOM. Das waren für mich halt einfach PC-Spiele damals. Ja, geht mir genauso. Heute ist es ja etwas anders. Da kann man ja durchaus Strategiespiele auch gut spielen mit einer cleveren Steuerung, mit dem O-Pad. Also ich fand jetzt auch im Nachklang, ich habe ja damals, als wir Civilization besprochen haben bei den Nerdwelten, habe ich mir ja auch die, also habe ich auch auf der Playstation, auf dem Super Nintendo gespielt. Das konnte, das hat schon gut funktioniert, aber damals hatte ich halt einfach die Möglichkeit, das auf dem PC zu spielen. Und das war für mich einfach der Grund, hey, auf dem PC ist es so super, warum soll ich das auf Konsole spielen? Naja. Ich hatte damals die CD-ROM-Version von UFO. Das war eine Budget-Version von Power Plus. Das war so ein Banner, unter dem ganz viele Klassiker aus dem Hause Microprose nochmal veröffentlicht worden sind. Da hatte ich ganz viele von. Da gab es dann den zweiten Teil, XCOM Terror from the Deep oder Pirates Gold, Civilization, Colonization 1942, Fleet Defender, Fields of Glory. Mein Onkel hatte Railroad Tycoon. Ganz toll. Ich kann mich noch erinnern, dass die 30 Mark gekostet haben. Das ist wichtig, weil die ursprünglichen Versionen von UFO und dem Nachfolger Terror from the Deep, die ich damals in einem großen Kaufhaus in der Würzburger Innenstadt mal in der Hand hatte, die haben 150 Mark gekostet. Und das waren die beiden teuersten Spiele, die ich damals dort gesehen habe. Das war echt ätzend, weil ich besonders Terror from the Deep sehr gerne im Original, im Karton, hier im Regal gehabt hätte. Und ich hätte es auch immer noch gern hier stehen. Der Stachel sitzt tief, Daniel. Das glaube ich gern. So, aber ich würde sagen, wir kommen mal zur Story des Spiels. Das ist nämlich ganz interessant. Das spielt im Jahr 1999. Also wir haben gesagt, es kam 1994 raus. Also zum Release des Spiels gerade mal fünf Jahre in der Zukunft. Kurz vor dem Jahrtausendwechsel. Wir stellen uns vor, die Atmosphäre damals. Programmierer werden aus der Rente wieder zurück in die Arbeitswelt gezogen, um in alten Kobold-Systemen Y2K-Bucks zu entfernen. Da erinnern sich die Jüngeren vielleicht gar nicht mehr dran. Die Welt geht unter zum Jahrtausend. Aber hier im Spiel hat man ganz andere Probleme als irgendwelche Zahlen, und Brüche, weil wir nehmen die Rolle ein als Befehlshaber der Excom, einer Organisation, die von den Regierungen der Erde ins Leben gerufen wurde, um der steigenden Bedrohung durch, wir ahnen es, Außerirdische Herr zu werden. Und Excom, das steht eben auch für Extraterrestrial Combat Unit. Und ja, also in dem Spiel zu der Zeit, da häufen sich UFO-Sichtungen. Es gibt sogar Entführungen von Mensch und Tier, in aller Regel Rind, und Anschläge auf Städte. Und es mehrt sich auch der außerirdische Einfluss auf Regierungen. Und damit droht die Erde nach und nach in die Hände der außerweltlichen Invasoren zu fallen. Und es liegt entsprechend an uns, dieser Bedrohung wieder Herr zu werden. Dazu müssen wir Stützpunkte auf der Welt verteilen, in denen wir Waffen, Technologie und ausirdisches Wissen erforschen, Ausrüstung kaufen oder auch gleich selbst herstellen. Wir müssen Infrastruktur bauen, wir müssen unsere Truppen verwalten und natürlich auch den Luftraum überwachen. Wir schicken Kampfjäger aus, um UFOs vom Himmel zu schießen und senden Bodentrupps, die dann in die runden Taktiksequenzen gegen die Aliens gehen. Das ist ein großer Teil des Spiels. Da muss man beachten, dass die Einsätze, falls nicht eine unserer Basen direkt attackiert wird, optional sind. Also wir müssen nicht aktiv werden. Aber dann erhöht sich der Einfluss der Aliens auf das Land, in dem sie gerade wüten. Und uns droht der Verlust eines Geldgebers. Denn die Regierungen der Welt, die finanzieren uns. Es ist also ratsam, dass wir möglichst viele Einsätze annehmen, weil ohne Moos ist nichts los. Diese Aufrechterhaltung der Ordnung wird mit steigender Spieldauer immer schwieriger, denn die Aliens steigern ihre Aktivität. Sie senden stärkere Verbündete, bauen eigene Basen, die wir auch wieder zerstören können, und mehren ihren Einfluss immer und immer mehr. Irgendwann ist das dann so viel, dass uns letzten Endes nur ein einziges Ziel bleibt. Den Ursprung der außerirdischen Gefahr finden, einen Einsatz dorthin planen und die Befehlshaber ein für allemal auslöschen. Neben dem reinen Kampf ist Forschung und Produktion ebenso wichtig. Die Aliens sind uns zu Beginn technisch haushoch überlegen, beherrschen Psi-Angriffe auf den Geist unserer Soldaten, ihre Waffen machen größere Löcher, sie sind besser gepanzert, einige Aliens können schweben, sie haben schnellere und stärkere Raumschiffe. Durch das Verhören von Gefangenen und das Sezieren toter Feinde, sowie das Erforschen von Relikten und Technologie, die wir im Einsatz sammeln können, können wir neue Erkenntnisse sammeln und also nicht nur die Technologie und die Waffen der Aliens gegen sie verwenden, sondern auch ihre Motive und letztendlich ihren Ursprung erfahren. Die erforschte Alien-Technologie gibt es dann natürlich nicht beim Waffenhändler um die Ecke, sondern die muss selbst händisch produziert werden und dafür brauchen wir Rohstoffe, die wir von den Aliens erbeuten und natürlich Räumlichkeiten und das passende Personal. Boah, also allein diese Zusammenfassung, die macht mir ja echt schon wieder warme Gefühle ums Herz. Das ist einfach so ein tolles Setting, auch nach diesen ganzen Jahren immer noch, Daniel. Also diese Vermengung an tollen Elementen. Also ich sage es gerne, hier und heute sprechen wir über eins meiner absoluten Lieblingsspiele und ich werde mich nicht entschuldigen, wenn ich ins Schwärmen verfalle und die Gefahr besteht. Ja, das Spiel, das bringt viele Elemente mit. Da muss man sich schon etwas einarbeiten und das ist auch für Einsteiger jetzt nicht so einfach einzusehen, was man überhaupt machen soll und was eigentlich wichtig ist, was wir tun müssen. Und da fehlt schon etwas die Führung, wenn man jetzt rein so losspielt, aber das ist ja für die Zeit nicht wirklich ungewöhnlich. Ah, also ich hatte da jetzt keine Probleme, auch wenn der Taktikbildschirm vielleicht ein bisschen überladen ist. Das ist ein Thema für später. Aber du hast schon recht, der Einstieg profitiert, wenn man das dicke Handbuch durchgeackert hat auf jeden Fall. Und ja, bis man dann eine erfolgreiche Vorgehensweise gefunden hat, dann kann man die Excom-Organisation schon einige Male an die Wand fahren. Ja, Microsoft hat ja damals den ganzen Spielen sehr üppige Handbücher beigelegt. Ich gehe davon aus, das haben sie einmal bei diesen ganzen Simulationen wie Falcon und Co. gelernt und einfach beibehalten. Und das von UFO, das hat auch stolze 130 Seiten. Beim Nachfolger, den ich weniger gespielt habe, das ist ja jetzt nochmal mehr dein Spiel, Terror from the Deep, da sind es dann nur noch knapp 90. Witzig ist, im Handbuch von UFO, da wird der Name übersetzt mit UFO, der unbekannte Feind. Das hat was von einem Film aus den 80ern. Das wird im Spiel selbst nicht wirklich genutzt. Ja, und das Handbuch, das geht wirklich sehr in die Tiefe und erinnert eher fast schon an eine Doktorarbeit. Also, wenn wir mal gucken bei Punkt 2, Punkt 6, da finden wir die Geoscape-Anzeige. Das ist die Weltkugel-Ansicht, mit der wir das Spiel beginnen. Und da gibt es auch einen Punkt 2, Punkt 6, Punkt 7, Punkt 6. Das klingt auch Spaß. Das ist dann das Verkleinerungsfenster-Icon. Also, das sind echt viele Unterpunkte. Ich meine, ich bin ein großer Freund von Anleitungen. Ich vermisse das einfach, dass man das bei heutigen Spielen so nicht mehr hat. Aber das von UFO, das ist wirklich fast schon ein Lexikon und das hat man auch wirklich gut in der Hand. Ja, aber das war auch cool, weil das so ein richtig dicker Schinken ist. Da hast du dich auf die Couch gehockt, hast drin geschmögert. Das war schon geil. Also, da hast du dich wirklich auch abseits vom Computer noch mit dem Spiel noch mehr beschäftigen können. Das war schon gut. Da müssen wir eine Folge machen von unseren Lieblingshandbüchern. Da hätte ich auch vier für. Oder da hätte ich Stoff für. UFO startet mit einem sehr stimmungsvollen Intro, das an Comic-Panels erinnert. Wir sehen die Häuserschlucht einer Großstadt. Auf der Straße kann man Scheinwerferlichte erkennen. Und vom Himmel steigt ein riesiges Raumschiff herab und verdunkelt den Himmel. Plötzlich blendet ein Lichtblitz in unsere Sicht. Schnitt ins Innere des Schiffs, wo ein rot gekleideter Außerirdischer auf seinem Thron lümmelt und unvermittelt im Rage schreit. Er befiehlt die Attacke. Seine Truppen stürmen die Stadt. Mündungsfeuer. Schreiende Menschen. Tod. Verderben. Ein Alarm. Die Musik wird treibend. Einsatz. Die XCOM-Einheit startet. Beginnt ihre Schlacht gegen die Aliens. Diese Fallen wie die Fliegen und ziehen sich zurück. Die Schlacht ist gewonnen. Aber der Krieg dauert an. Ja, zu Beginn des Spiels, da können wir einen Schwierigkeitsgrad wählen. Und ich muss sagen, selbst der niedrigste ist jetzt kein wirklicher Spaziergang. Ja. Allerdings, man kann jederzeit speichern. Also sowohl bei den Wirtschaftsteilen mit dieser Geoscape-Ansicht oder in den Einsätzen. Und das war ein fester Bestandteil meines Spiels. Also ständig speichern. Besonders in diesen Kampfeinsätzen. Da wird ja vorher eine zufällige Spielkarte erstellt. Die kannst du dann so fixieren. Und dann habe ich immer zu Beginn und immer am Ende eines Zuges gespeichert. Und dann wahrscheinlich noch viermal zwischendrin. Damit ich bei Bedarf den Einsatz abbreche. Ich kann während eines Einsatzes nicht neu laden, sondern muss abbrechen. Und dann eben neu laden. Das ist natürlich Cheaten. Das ist klar. Aber darüber haben wir in unserer Check-it-Alliance-Folge ja auch schon gesprochen. Also für meinen Seelenheil und für meinen Spielspaß war das Elementar. Ich habe irgendwo gelesen, dass es in der DOS-Version einen Bug gab, dass egal welchen Schwierigkeitsgrad man anfangs wählte, das dann bereits nach der ersten Mission des Spiels ganz automatisch auf die niedrigste Stufe wieder wechselt. Ich weiß aber nicht, ob das vielleicht für die CD-Version gefixt wird, weil das war die, die ich eher gespielt habe. Und da habe ich zumindest mal nichts bemerkt. Du hast doch wahrscheinlich auf der niedrigsten Stufe angefangen, oder? Ja, das war es wahrscheinlich. Ja, im Anschluss, da sehen wir den schon erwähnten Geoscape-Bildschirm. Das ist eine 3D-Ansicht der Erdkugel aus dem All heraus, die wir drehen und zoomen können. Das ist ein bisschen wie Google Earth, Daniel. Und das liebe ich ja. Das ist fast wie der Dirk-Welt-Atlas. Ganz toll, damit die Welt zu erkunden. Ich liebe es. Ist auch eine schöne Grafik. Das ist so richtig. Es sieht so nach um 94 aus. Ja, hier ist unser erstes Ziel, dann den Standort unserer ersten Basis festzulegen. Im Spielverlauf, da werden wir beliebig weitere noch bauen können und auch müssen, weil jede Basis, die kann mit ihrem Radarsystem immer nur einen begrenzten Bereich der Welt absichern. Da war das wohl noch nicht mit Satelliten ganz so weit. Die erste Basis, die ist allerdings direkt mit allem eingerichtet, was wir zum Spielstart auch brauchen. Also drei Hangars mit zwei bewaffneten Abfalljägern und einem Transporter, der unsere Truppen zu den Einsatzen fliegt. Quartiere für das Personal, eine Werkstatt zum Produzieren von Material, ein Labor zum Forschen, auch wichtig, ein Lager für den ganzen Kram und ein Radarsystem zum Entdecken der UFOs, wie gesagt, nur für einen begrenzten Bereich. Schlau ist es, diese erste Basis inmitten einer großen Landmasse zu setzen, damit sie viel abdeckt. Aber meine erste Basis war natürlich immer in Deutschland, grob bei meiner Heimat und hieß deswegen auch immer Veitsürkheim. Und deine? Ich habe auch immer bei mir in der Nähe zu Hause gewählt, aber ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Wahrscheinlich Weinheim, mein Geburtsort. Die Basis sprechen wir dann gleich weiter durch, aber rechts neben dieser Weltkugel ist eine Tabelle mit unterschiedlichen Befehlen, die uns verschiedene Dinge machen lässt. Genau, lass uns da mal durchgehen. Also der Geoscape, das ist der Zugang zum Verwaltungsteil von XCOM und der macht, sagen wir mal, gut die Hälfte des Spiels aus. Also das hat deutlich mehr Gewichtung als jetzt der Wirtschaftspart bei Jagged Alliance. Ja, und ich glaube, das ist auch der Hauptgrund, warum mir persönlich UFO noch einen Tacken besser gefällt als Jagged Alliance. Es hat halt einfach, es ist mehr im Gleichgewicht, finde ich, diese beiden Systeme und bei Jagged Alliance wirkt es schon wie so ein eher kleinerer Faden, der zwischen den Missionen hängt und das ist hier, wirkt das stärker integriert, finde ich. Ich finde, es ist auch ein cleverer Twist, dass du hier gleich die Weltkugel siehst und dass das so eine große, zentrale Rolle im Spiel macht, weil es dem Spiel eine ganz andere Gewichtung gibt. Es ist was anderes, ob du auf einem kleinen Inselatoll irgendwo im Südpazifik unterwegs bist oder ob wirklich das Schicksal der Welt von deinem Handeln abhängt. Also, na, persönlicher Gusto, aber so verorte ich das für mich. Die erste Option, die wir in diesem Menü sehen, trägt den Titel Abfangen. Das ist sehr abstrakt gehalten. Sobald unsere zu Beginn sehr begrenzten Radarsysteme ein feindliches UFO oder später Terroreinsätze oder Basen der Aliens entdeckt haben, können wir eins unserer Flugschiffe losschicken. Also entweder ein Abfangjäger oder den Transporter. Der Abfangjäger, zu Beginn ist das ein bewaffneter Jet und später bekommen wir dann immer schnellere und besser gepanzerte Jäger, die die UFOs vom Himmel schießen sollen. Allerdings sind uns diese UFOs zu Beginn haushoch überlegen. Sie sind viel schneller als die menschliche Technologie und da muss es uns schon echt gut in die Karten spielen, dass es dann auch zur Konfrontation kommt. Wenn UFO und Jet in die gleiche Richtung fliegen, dann hat man einfach oft das Nachsehen. Das wird sich im Spielverlauf dann allerdings ändern. Wir gehen jetzt einfach mal vom Bestfall aus. Wir treffen auf das UFO. Dann wechselt der Bildschirm zu einer Art Radarsystem, in dem wir festlegen können, wie nah unser Jet sich dem UFO annähern soll, wenn er angreift. Je nach Bewaffnung hat er nur eine begrenzte Reichweite. Zum Beispiel für die Maschinengewehre muss man sehr nah an das UFO ran und läuft Gefahr, dass der Jet schwer beschädigt oder im schlimmsten Fall sogar zerstört wird. Auch ein totaler Quatsch. Diese Maschinengewehre waren mir das Erste, was ich aussortiert habe. Ich habe nie einen Abfangjäger mit Maschinengewehr losgeschickt. Pff, so ein Unsinn. Dickere Waffen machen natürlich mehr Wumms. Dabei können besonders im späteren Spielverlauf, wenn wir dann ja die krasse der Inland-Technologie verwenden, die UFOs auch einfach direkt atomisiert werden. Herrlich. Da macht es Spaß. Wenn wir ein UFO abgeschossen haben, können wir unseren zu Beginn unbewaffneten Transporter losschicken, also unbewaffnet im Sinne von wehrlos. Später können die auch selber externe Waffen tragen, mit denen sie selber dann UFOs abschießen können und die Bodentruppen einsetzen. Aber das beschreiben wir später. Genau, dann gibt es die Stützpunkte. Wenn wir da drauf drücken, da landen wir in einem Untermenü, in dem wir unsere ganzen Basen verwalten können. Wir können da zwischen den unterschiedlichen Basen durchschalten, also wenn wir mehrere haben, anfangs ist es ja nur eine, und dann einstellen, was dort passieren soll. Also wollen wir neue Gebäude bauen, also zum Beispiel mehr Lager oder Abwehrgeschütze. Denn wenn die Aliens unsere Basis entdeckt haben, dann senden sie Einsatztrupps, um uns zu vernichten. Oder, hätte ich zumindest mal fragwürdig, eine Kammer, in der wir die gefangenen Aliens am Leben halten und sie erforschen und auch befragen können. Aber hey, wir sind im Krieg. Dazu sehen wir eine Karte der Basis, auf der wir die neuen Gebäude platzieren und nach einer bestimmten Bauzeit stehen die dann zur Verfügung. Also ja, alles, was gebaut oder produziert wird, braucht Zeit. Und ebenso müssen Bestillungen erst mal geliefert werden. Und es ist keine Prime-Lieferung. Absolut nicht. Da warten wir echt länger. Wir können unseren Forschern Projekte zuteilen und festlegen, wie viele Personen an welchen Forschungen arbeiten. Und logisch, je mehr Teammitglieder, desto schneller gibt es dann auch Ergebnisse. Und ähnlich funktioniert auch die Produktion, die unsere Ausrüstung herstellt. In den ersten Spielminuten, da ist es noch weniger wichtig, weil wir noch nicht wirklich was erforscht haben. Aber später wird es elementar, weil die Alien-Technologie, du hattest es schon gesagt, ist deutlich besser als das, was wir auf dem Kaufbildschirm kaufen können. Und natürlich können wir unsere Beute aus den Kampfeinsätzen auch für gutes Geld verkaufen. Sogar die Alien-Leichen. Fehlt noch, dass wir sie wie früher die Mumien zu Pulver verarbeiten, aber manchmal will man gar nicht wissen, was die Leute zu Hause alles so machen. Hier können wir auch neues Personal rekrutieren. Die beiden Punkte, Diagramme und Gelder auf Geoscape geben uns eine Übersicht über die Statistiken. Wo kommen viele UFOs vor? Welches Land gibt uns wie viel Geld und wie entwickeln sich unsere Einnahmen? Zufriedene Länder erhöhen die Gelder und zufriedene Länder, wer hätte das kommen sehen, ziehen sich schlimmstenfalls aus dem Projekt zurück. Und Geld, du hast es vorhin auch schon gesagt, ist natürlich elementar. Wenn wir keine Einnahmen mehr über die Länder generieren, haben wir verloren. Ja, Optionen, das nutzen wir vor allen Dingen, um zu laden und zu speichern. Und die UFOpedia ist das Lexikon des Spiels, das uns Informationen zu Ausrüstung, zu Forschungsergebnissen, zu allem möglichen gibt. Wie der gesamte Geoscape-Bildschirm ist das ein Element, das vom Publisher Microprose gewünscht war, um dem Spiel mehr Tiefe zu geben. Die Grundidee von UFO sind reine Taktikeinsätze, das werden wir später noch genauer besprechen. Und diese UFOpedia ist natürlich die UFO-Version der Zivilopedia aus Civilization. Auf dem Geoscape, da vergeht Zeit, wie flott, das können wir festlegen. Das ist also nicht rundenbasiert, sondern Echtzeit. Die kleinste RAFA-Einheit sind fünf Sekunden Ingame-Zeit für eine Sekunde Echtzeit. Das brauchen wir dann, um auf aktuelle Ereignisse zu reagieren. Aber alternativ können wir auch bis zu eine Sekunde entsprechend einem Tag im Spiel hochschalten, wenn also zum Beispiel gerade nichts ansteht oder wir mit der Forschung vorankommen wollen. Sollte dann was passieren, dann wechselt das Spiel sowieso automatisch auf die Fünf-Sekunden-Taktung, als es bei UFO-Sichtungen zum Beispiel oder wenn in der Basis etwas produziert oder erforscht wurde. Es gibt auch einen Tag-Nacht-Wechsel. Da kann man also sehen, welche Bereiche dunkel werden. Das bedeutet auch, dass dann Kampfeinsätze je nach Uhrzeit bei Tag oder bei Nacht stattfinden. Das ist cool. Das war so ein dynamischer Wechsel, der für damals einfach beachtlich war und auch Spaß gemacht hat. Und vor allem schaut das auf dieser Weltkugel einfach geil aus, wenn du dieser dunkle Schatten drüber ziehst. Richtig toll. Eine weltliche Story mit Zwischensequenzen gibt es eher nicht. Du erfährst zwar neue Dinge über die Absichten deiner Feinde und letztendlich natürlich auch, wie du vorgehen musst, aber es gibt keinerlei Zwischensequenzen abseits von Intro und Outro. Das ist alles blanker Text in Form von Forschungsergebnissen. Aber ich finde, das hat das für mich auch sehr immersiv gemacht, weil du wirklich das Gefühl hast, okay, das ist passiert, du hast was erforscht, jetzt bekommst du das Ergebnis hier auf den Schreibtisch gelegt. Das hat für mich sehr gut funktioniert. Ich meine, ich habe gelesen, die Playstation-Version hatte da noch ein paar Zwischensequenzen, aber ich habe keine vermisst. Der Geoscape, das ist der eine Teil unseres Spiels. Das ist die Kommandozentrale, in der wir schalten und walten und die uns das Gefühl vermittelt, dass wir wirklich Kommandant einer Organisation wie XCOM sind und viel Einfluss nehmen können. Das ist, wie wir schon sagten, deutlich komplexer als jetzt zum Beispiel bei Checkered Alliance, das aber wiederum stärker auf die Persönlichkeit der Soldaten setzt. Hier hat UFO zwar auch einen sehr ähnlichen Rollenspieleinschlag. Unsere Soldaten, die haben auch unterschiedliche Parameter, mit denen sich voneinander unterscheiden. Sie sind aber abseits davon nur Hühlen ohne Persönlichkeit, muss man sagen. Aber trotzdem natürlich, da wächst dir dein Team ans Herz und im Lauf des Spiels, da verbessert es sich auch und die einzelnen Mitglieder steigern ihre Fähigkeiten. Es gibt männliche und weibliche Soldaten unterschiedlicher ethnischer Herkunft und man kann sie auch frei benennen. Dann hat man zum Beispiel einen Tank namens Ben Dibbert, der immer als erstes in die UFOs stürmt und aus vollen Rohren mit seinem Plasma-Gewehr feuert und einen kleinen schmächtigen namens Harley, den du lieber im Schiff zurücklässt, weil er beim Anblick von Aliens immer gleich sein Gewehr wegwirft und Reiß ausnimmt. Alter! Die Figuren Die Figuren wachsen ja trotz der fehlenden Sprüche, wie man sie in Jacket Alliance hat ans Herz, weil sie auf ganz eigene Art ein Maß an Persönlichkeit haben. Manche sind psychisch nicht ganz so stabil, die bekommen Panik oder Tobsuchtsanfälle im Einsatz. Andere sind echte Packesel und stemmen mühelos die dicksten Wummen. Das ist ein ganz wichtiger Teil des Spiels, diese Möglichkeit, die Charaktere frei zu benennen. Das hat mir damals so viele Freude gemacht. Ich kann mich daran erinnern, dass ich mich da wirklich hingesetzt habe und dann meine ganze Klasse reingebaut habe. Wirklich ewig. Da habe ich viel Zeit mit verbracht. Du kannst ja alles benennen. Du kannst deine Basis benennen, haben wir schon gesagt. Du kannst die Teammitglieder benennen und du kannst den Schiffen neuen Namen geben. Wie geil! Das sollte jedes Spiel haben. Ja, das ist deutlich geringer ausgeprägt als jetzt bei Checkered Alliance, aber trotzdem lernt man die Figuren kennen. Man kennt die Fähigkeiten von den einzelnen Mitgliedern und setzt sie auch entsprechend ein. Das wird wirklich das eigene Team. Die werden mit zunehmender Erfahrung befördert, steigen im Rang auf und man lernt auch im Spielverlauf, wo man sie eben positioniert am besten. Und das schmerzt, wenn sie Verluste erleiden, wenn man selbst Verluste erleidet, weil wer stirbt, der ist endgültig tot. Und wie wir es auch anderen auseinanderspielen können, so einen hoch dekorierten Veteran zu verlieren, der sich über viele, viele Einsätze bis zu einem Mann Armee gemausert hat. Das ist wie ein harter Schlag ins Gesicht. Wenn die Kämpfer in den Einsätzen verletzt werden, da drohen sie zu verbluten. Da schafft dann ein Medikit Abhilfe. Verletzte Soldaten, die müssen vor dem nächsten Einsatz erst mal wieder gesund werden, bevor wir sie einsetzen können. Unsere Söldner und wir haben ja auch mechanische Panzer dabei, also können wir dabei haben, die kämpfen dann in der Battlescape-Kampfansicht, die in ISO 3D angezeigt wird und im Gegensatz zu Jacket Alliance nicht nur eine einzige Höhenebene hat. Im Spielverlauf erklimmen wir dann Hochhäuser und Scheunen, es gibt Hügel und mehrgeschossige Basen und riesige Schlachtschiffe. Mit der entsprechenden Technologie ist es sogar möglich, dass unsere Soldaten später selbst schweben können. Oh, und bevor ich es vergesse, eines meiner Lieblingsfeatures in UFO war es immer, dass sich eine entsprechend potente Waffe vorausgesetzt wende. Nicht nur Wende, eigentlich kann man ja wirklich alles zerstören. Das bedeutet, wenn es keine passende Tür gibt, dann mache ich mir einfach eine. So gut. Im späteren Spielverlauf habe ich dann gerne den Blasterwerfer genommen und habe dann ein Loch ins Dach eines großen Raumschiffs gesprengt und habe dann meine Leute mit den Schwebeanzügen von oben einsteigen lassen. Und diese Freiheit in der Herangehensweise, das hat mir einen unglaublichen Spaß gemacht. Allerdings hatte ich jetzt beim Spielen für diese Aufnahme auch eine Szene, in der eine Treppe zerstört worden war und das letzte Alien, natürlich, saß im ersten Stock. Da muss ich dann die Hausfassade zerstören und Granatenbowling spielen. Das hat eine Weile gedauert, das war ein bisschen nervig. Und die Figuren sind zumindest in der Standardeinstellung des Spiels extrem lahmarschig. Es gibt dann die Option, die Bewegung anzupassen, dann sausen sie wieder Blitz über die Karte. Das ist für mein Spielempfinden schon nötig, dass man das wirklich einstellt. So, es gibt verschiedene Arten der Einsätze. Wir können zum einen mal abgestützte oder gelandete UFOs untersuchen, da gibt es einen Unterschied. Die abgestützten UFOs, wie man sich's denken kann, bei denen es geht mehr kaputt, da ist dann mehr Alien-Technologie zerstört, aber die Chance ist hoch, dass auch mehr Aliens beim Absturz verstorben sind, also weniger Gegner. Wenn sie gelandet sind, dann sind die Schiffe intakt, es gibt also mehr Beute, aber auch mehr Feinde. Und auch das sehr toll, im Gegensatz zu Checkered Alliance, wenn man einen Feind tötet, dann kann man immer auch dessen Ausrüstung übernehmen. Wenn der Sektoid mit einem Plasmawerfer angreift, dann kann man ihm genau diesen auch aus seinen toten Klauen reißen. Und bei Checkered Alliance, da hatten wir ja schon gesagt, da rennt ein Gegner mit Sturmgewehr durch die Gegend und schießt auf uns, aber droppt dann keine Items, wenn wir ihn besiegt haben. Das ist natürlich dann sehr ärgerlich. Die Abstürze, die fand ich für die Immersion des Spiels immer klasse, weil wenn da die Info zum Einsatz kommt, da fühlt sich durch diese Erzählung eines Absturzes oder einer Landung so dynamisch an, dass dann darüber das Spielfeld quasi dann aufgebaut wird und nicht so statisch wie bei der Festung, die jetzt so lange schon steht. Das fühlt sich immer dann, man hat den Tag-Nacht-Rhythmus, wie sie es angleicht und dann kommt man dahin und man fühlt sich wirklich, das ist jetzt gerade gelandet, auch wenn es trotzdem ein statischer Bildschirm ist, auf den man kommt. Und zu 90 Prozent die Salatfarbe, aber dazu kommen wir später. Diese Umgebung der Einsätze, die entspricht übrigens immer den Geoscape-Gegebenheiten. Also da erkennt man auf der Weltkugel auch unterschiedliche Farbverläufe. Wenn ein UFO ins Wasser plumpst natürlich, dann gibt es erst gar keinen Bodeneinsatz. Aber ansonsten gibt es wie gesagt unterschiedliche Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel am Nord- und Südpol Eis und es gibt Dschungel, es gibt Wald, es gibt Wüste. Meine Basis, und ich habe es gerade angeschnitten, die war immer in Europa und da sind die Einsätze eben meistens auf Farmland. Da gibt es dann Felder mit Kohl und so kleine Steinmäuerchen und Apfelbaum Plantagen und Scheunen mit Stroh keiner, warum das überall rumliegt. Aber in diesen normalen Einsätzen gibt es nur deine Truppen und den Feind. Es gibt ansonsten keine Zivilisten, es gibt keine Tiere. Alien-Basen, die können gestürmt werden, aber es kann natürlich auch vorkommen, dass wir unsere eigene Basis verteidigen müssen. Also falls die Luftabwehr versagt, dann muss natürlich der Bodentrupp ran. Und das Layout unserer Basis entspricht auch wirklich dem, das wir gebaut haben. Das ist toll. Die Alien-Basen, die wirken dagegen sehr fremdartig, aber auch sehr stimmig dadurch. Und die Umsetzung der einzelnen Settings ist wirklich gut gelungen, finde ich. Hier starten wir auch nicht aus dem Schiff heraus, sondern unsere Einheiten sind schon an den Eintrittsstellen der Basis verteilt. Die Basen sind in aller Regel sehr verwinkelt und weitläufig und das sind immer fordernde und gefährliche Einsätze, was sich auch realistisch anfühlt. Ja, ich meine so mit der Zeit, die sind ja immer relativ ähnlich aufgebaut. Du erkennst dann später schon, okay, hier ist der Kern, hier sitzt dann meistens der Kommandant, den braucht man dann später für den Spielverlauf, weil man von den Kommandanten dann erfährt, okay, wo kommen die Außerirdischen her, aber das fühlt sich schon toll an. Dann gibt es aber auch noch Terroreinsätze, also die Aliens greifen Städte an. Und da ist die Besonderheit, hier gibt es dann eine Zivilbevölkerung, die wir schützen müssen. Am Ende eines jeden Einsatzes gibt es immer eine Punktebewertung, die Einfluss darauf hat, wie uns unsere Geldgeber sehen und zivile Verluste geben natürlich Minuspunkte und vor allem dann eben noch mehr, wenn wir selbst diese Zivilisten getötet haben. Aber hey, die hätten sich denken können, dass meine Granaten da hinfliegen. Bei Terroreinsätzen und diesen Basenkämpfen setzen die Außerirdischen auch besondere Kampf-Aliens ein, die wir ansonsten nicht sehen, es sei denn, wir fangen zufällig eins der Schiffe ab, das auf dem Weg zu einem Terroreinsatz war oder wir stürmen eine Basis. Und diese Einsätze in den Städten, die fand ich immer besonders stimmungsvoll, weil es dann eben manchmal auch so kleine Bürotürme gibt mit Treppenhäusern und es gibt Tankstellen, es gibt befestigte Straßen und Läden und Telefonzellen, Häuser mit Gärten. das ist einfach, das schaut schön aus, das ist wirklich, also diese ganze ISO-Darstellung, die Grafik von UFO, großartig. Die Tankstellen, die können wir dann natürlich auch taktisch einsetzen und die Zapfsäulen sprengen, weil wie gesagt, ich habe es auch schon angeschnitten, die Umgebung in UFO ist zerstörbar und ich kann, die entsprechende Feuerkraft vorausgesetzt, nahezu wirklich alles platt machen und das macht zum Beispiel taktisch Sinn, wenn jetzt ein Soldat sich die Sicht freischießt und der zweite dann freies Ziel hat und dazu natürlich, du hast auch schon gesagt, es gibt Einsätze bei Tag und Nacht und bei Nacht hast du natürlich schlechtere Sicht. Bevor wir jetzt darauf eingehen, was man im Battlescape alles machen kann, lass uns mal kurz über die Waffen und das Alien-Design sprechen. Wir haben unterschiedliche Alien-Typen und wie bei unseren Soldaten, da geht es auch bei den Aliens Ränge, sogar eine richtige Hierarchie. Es gibt da die Strippenzieher mit den starken psionischen Fähigkeiten und genauso die eher stumpfen Kampfkolosse, also genau wie bei uns. Wie ist denn die Verteilung bei uns? Da sprechen wir ein anderes Mal drüber. Lass mir die Hörer entscheiden. Die Ränge, die sind auch wichtig, weil wir brauchen hochrangige Gefangene, um ihnen Informationen über die Pläne der Invasoren zu entlocken. Das wissen natürlich dieses Fuß Krautervolk Aliens, die wissen das nicht, wie da die Pläne überhaupt sind. Ja, ich würde sagen, wir stellen mal ein paar besonders wichtige Aliens vor, weil zu Beginn da treffen wir meist erst mal die Sektoiden, hat man schon gesagt, die sind so die ganz klassischen kleinen grauen Menschen, wie man sie aus Dutzenden UFO-Filmen und Serien kennt oder aus Aufnahmen von Area 51, die sind eher schwach, die haben aber Anführer, die unsere Truppen mit psionischen Attacken zusetzen können. Das ermöglicht ihnen dann den Geist unserer Soldaten anzugreifen, entweder um sie in Panik zu versetzen oder im schlimmsten Fall sogar Kontrolle über sie erlangen zu können. Im späteren Spiel wird es uns dann auch möglich, unsere Leute in dieser Hinsicht zu schulen, um den Spieß wiederum umzudrehen. Ich habe die starken Psioniker dann immer im Startgebiet versteckt und dann zuschlagen lassen, wenn die anderen Soldaten Aliens entdeckt haben. Und dieses Übernehmen der Aliens und dann mit den Aliens deren Verbündete auszuschalten, das ist ein ganz tolles Gefühl, das macht so viel Spaß. Es gibt dann noch die Treiber, das sind so lila Aliens, denen ein Schwebeapparat implantiert wurde. Das sind auch so die Anfangsgegner, die man so trifft. Also die sind schon eine Bedrohung, ja, aber im Vergleich, was da später noch kommt, sind die noch einigermaßen harmlos. Übrigens im Englischen heißen die Floater und das bedeutet ja eher so viel wie Schweber. In der deutschen Version ist es aber mit Treiber übersetzt worden und ich für mich habe ganz lange gebraucht, dass damit nicht Antreiber gemeint ist, sondern, dass sie eben über dem Erdboden treiben. Ich finde das immer noch sperrig, die Übersetzung. Ja, nicht so naheliegend. Im Gegensatz zum nächsten, der heißt Schnitter oder die heißen Schnitter, das ist in einer Art Kampfstier auf nur zwei Beinen, das ist eine reine Terroreinheit, die immer den Nahkampf sucht, die sehen schon ziemlich bedrohlich aus. Dann gibt es die Schlangenmenschen, die erscheinen erst ein bisschen später im Spiel und das sind starke und gefährliche Gegner, halb Mensch, halb Schlange. Ja, und besonders nervig sind die Chrysaliden, das sind reine Nahkämpfer, die dann Zivilisten und Soldaten in Zombies verwandeln können und dann müssen wir diese Zombies auch noch besiegen. Furchtbar. Die gehören ebenfalls zu den Terroreinheiten, also den besonders fiesen Aliens, die vor allem in den Anschlägen auf Städte eingesetzt werden. Terroreinheiten, die operieren natürlich auch nie allein und sind immer im Verbund mit einer anderen Alienrasse anzutreffen, die sie befehligt. Eine weitere Terroreinheit ist die Cyberdisk, das ist eine schwebende Untertasse, die schießen kann und auch eine böse Überraschung noch birgt, weil die explodieren gern, wenn sie vernichtet wurden und hinterlassen dann Tod und Verwüstung an Ortenstelle. Das heißt, man sollte immer Distanz wahren, wenn man sie bekämpft. Die sind bei mir immer explodiert. Ich glaube, ich habe das in meinem Leben nicht hinbekommen, dass die einfach mal abgestürzt sind, ohne zu explodieren. So viel Schaden immer, ja, ja. Sind wir die halbe Stadt weggesprengt. Dann gibt es die Mutonen, das sind gut gerüstete Schocktruppen der Invasoren, also die Orks von UFO sozusagen. Echte Killer, aber sehr anfällig für Geistattacken. Und die haben eben diese schicken grünen Ganzkörperanzüge an. Ja, und dann gibt es noch die Elite, die herrschende Alien-Kaste, das sind die Äthera, das sind schwebende Robenträger, die extreme Geistfähigkeiten besitzen. Es gibt noch ein paar weitere Aliens, aber da wollen wir euch noch ein paar Überraschungen übrig lassen, wenn ihr das Spiel dann auch mal selbst nachholen möchtet. Das ist überhaupt so toll, immer wieder neue Aliens in diesem Spiel zu treffen. Denkst du, oh Gott, was ist denn das jetzt für einer, was kann der denn wohl? Das ist spannend. Ich meine, natürlich, ich kenne dieses Spiel jetzt seit x Jahren und weiß, was da auf mich zukommt, aber gerade diese Anfangszeit, wenn du nicht weißt, was dir da so blüht, das ist stark, das ist echt spannend. Das weckt so richtig den Entdeckergeist, einmal die verschiedenen Missionen, was man da sieht, den Außeneinsätzen und dann immer noch die neuen Aliens, die dazukommen, das ist schon sehr cool. Ja, das Spiel, das lässt die Aliens immer in Stufen agieren, das bleibt uns als Spiele allerdings verborgen. Die beginnen immer mit den Scouts, senden dann Entführer und schrauben sich so langsam immer weiter nach oben. Der Spieler, der kann diese Aufstiege durch Einsätze verlangsamen, aber letztlich nicht komplett aufhalten. Ja, und diesen Aliens stellen wir uns natürlich mit Bewaffnung entgegen. Und dabei beginnen wir mit ganz irdischen Waffen, also Pistolen, Gewehre, aber auch schwerere Geschütze wie Raketenwerfer oder eben auch Panzer. Die Munition ist dabei begrenzt, das bedeutet, man muss Magazine bei sich tragen, damit man gegebenenfalls auch nachladen kann. Die Waffen haben dann unterschiedliche Feuermodi. Man kann entweder gut zielen, was natürlich mehr Zeit braucht, als wenn ich einfach aus der Hüfte schieße. Manche Waffen haben sogar die Möglichkeit, drei schnelle Schüsse auf einmal abzufeuern. Wie gesagt, das kostet unterschiedliche Zeiteinheiten. Zeiteinheiten sind das Maß in Ufo, das festlegt, was ein Soldat pro Runde alles machen kann. Also bewegen und Gegenstände aufheben, sich umdrehen, schießen, ducken und so weiter. Das alles verbraucht eine gewisse Menge an Zeiteinheiten. Deswegen müssen wir also gut planen, was wir machen möchten, weil wir können Aktionen, die wir einmal gemacht haben, natürlich nicht mehr zurücknehmen. Vor dem Schießen bekommen wir angezeigt, wo unsere Trefferwahrscheinlichkeit liegt. Das ist aber natürlich auch noch keine Garantie dafür, dass wir dann auch tatsächlich treffen. Ja, das ist natürlich immer so ein Faktor mit den Wahrscheinlichkeiten. Das braucht man, ansonsten wäre es zu statisch, aber es kann natürlich wirklich wahnsinnig machen, wenn die Wahrscheinlichkeit einfach gut ist, hoch ist für einen selbst und man trifft dann die ganze Zeit nicht weiter, weil das Würfelglück einfach sich nicht einstellt. Immer im falschen Moment. Ja, schon zu Beginn, da können wir Lasertechnologie erforschen. In der Regel sind die Waffen immer in Pistole, Gewehr und schwere Variante aufgeteilt. Da ist dann auch das Gewichten wichtiger Faktor. Unsere Soldaten, die können nämlich nicht unbegrenzt Krams durch die Gegend tragen, sondern die haben einen Stärkewert. Die dicken Wummen, die haben natürlich mehr Wumms, aber sind entsprechend auch schwerer. Schön ist, die Laser, die kommen ohne Magazine aus. Da bin ich jetzt interessiert an deiner Meinung, Daniel, weil ich habe die Erforschung der Laser immer ausgelassen. Die sind als Zwischenschritt meiner Meinung nach überhaupt nicht nötig, weil ich mich immer direkt auf die viel stärkeren Plasma-Waffen gestürzt habe. Man spielt dann halt zu Beginn ein bisschen länger mit den normalen Gewehren, aber insgesamt hat man dann trotzdem schneller viel bessere Waffen. Und außerdem findest du bei den Aliens ja direkt zu Beginn diese ganzen Plasma-Waffen. Also Laser muss man ja selbst auch noch produzieren. aber man muss immer Waffe und die zugehörige Munition erforschen. Also es reicht nicht, wenn du nur eins von beiden hast. Also ich habe das, glaube ich, auch nur bei den ersten Malen erforscht, den Laser, weil das braucht man, wie du sagst, ja nicht wirklich mit Plasma ist man da schon einen Schritt weiter und dann kann man das auch direkt überspringen. Aber es ist trotzdem schön, also man fragt sich schon, warum man das noch erforschen kann, wenn man so früh doch immer wieder an Plasma-Waffen drankommt. Und ich weiß nicht, ob das ein Fehler im Spiel ist oder, aber anfangs weiß man ja nicht, ob vielleicht die Laser-Waffen nochmal was anderes haben, was stärkeres. Aber nee, habe ich da nicht mehr genauso gemacht. Naja, es ist ja, du kannst ja glaube ich direkt, wenn das Spiel losgeht, kannst du ja schon die Laser erforschen. Und wenn es dann halt, keine Ahnung, zehn Tage dauern würde, bis das erste UFO auftaucht, ja, vielleicht. Aber dann erforschen und produzieren. Ich habe es immer weggelassen und bin damit immer gut gefahren. Es gibt auch Granaten und einen Betäubungswerfer, der es uns ermöglicht, dass wir Aliens gezielt lebendig fangen können, um sie dann anschließend zu befragen. Das kann auch zufällig klappen, wenn der Gegner von einer normalen Waffe so schwer verletzt wird, dass er ohnmächtig wird, ohne zu sterben. Das ist aber eher selten. Alternativ gibt es auch einen Betäubungsstab. Wichtig, getötete Aliens stoßen einen Schrei aus, wenn der ausbleibt, dann ist die Einheit nur betäubt. Das heißt, ich musste das Spiel wirklich mit Sound spielen und betäubte Einheiten, die können eventuell auch wieder erwachen und sind dann auch eine Gefahr für uns. Ich habe deswegen betäubten Einheiten immer die Waffe abgenommen oder habe sie gleich selbst komplett mal in den Rucksack gepackt. Das ist auch voll gut, weil du kannst sie einfach aufheben, kannst sie einfach einstecken. Das ist total toll. Du kannst nur die Gegend fragen und irgendwo hinwerfen. Meine Lieblingswaffe in UFO, das habe ich auch schon mal angeschnitten vorhin, das ist diese Blaster- Abschussrampe. Damit kann ich neun Wegpunkte setzen und dann wirklich so eine fette Rakete auch durch enge Passagen manövrieren. Und wie gesagt, die reißt wirklich gigantische Löcher in die Hüllen der Raumschiffe. Und da spürst du wirklich, wie man mit stärkerer Technik potenter wird und der Kampf dann irgendwann auf Augenhöhe stattfindet. Und dieses Feeling vermittelt das Spiel einfach großartig. Kommen wir mal zum Battlescape-Menü, also zum Taktik-Kampf. Die obere Hälfte dieses Bildschirms zeigt uns zu, naja, sagen wir mal drei Vierteln das Spielfeld und das untere Viertel zeigt uns ein auf den ersten Blick sehr kryptisches Menü mit 14 Icons in zwei Zeilen. Links und rechts sind die Handslots des aktuell ausgewählten Soldatens samt eventuell getragener Waffe und darunter die wichtigsten Parameter des gewählten Soldaten. Also Aktionspunkte, Energie, Gesundheit und seine Moral. Ja, die Aktionspunkte, die stellen da, wie viele Dinge wir noch machen können. Ganz klassisch, also diese Zeiteinheiten, die du vorhin schon beschrieben hattest. Energie, das ist der Erschöpfungszustand, der nimmt beispielsweise ab, wenn man durch hohes Gras läuft oder sehr weite Strecken läuft. Wenn die Energie dann zu niedrig ist, dann kann man weniger weit laufen und muss erst mal wieder zu Atem kommen. Die Gesundheit, das ist klar, die sinkt bei Schaden und Moral, die sinkt, wenn sich der Kampf zugunsten der Außerirdischen entwickelt. Da kann es dann zu Panikattacken kommen. Der Soldat wirft dann die Waffe weg und läuft davon. Wir verlieren die Kontrolle über ihn und erlangen sie dann auch erst wieder, wenn er sich erholt. Oder der Soldat, der verfällt in Raserei und ballert wild um sich. Mut wird hier nicht angezeigt, bestimmt aber, wie widerstandsfähig der Soldat gegen einen Moralabfall ist. Zusätzlich gibt es dann noch vier Icons, die es ermöglichen, Zeiteinheiten für bestimmte Aktionen zu reservieren. Also zum Beispiel, wenn ich noch unbedingt gezielt schießen möchte, das ist ziemlich hilfreich als schnelle Aktion. Ja, das habe ich auch immer eingesetzt. Diese 14 grauen Symbole ermöglichen es uns, in den Höhenebenen zu steigen oder zu sinken. Zum Beispiel mit dem Fluganzug, den wir später bekommen können. Man kann die Höhenlinien durchschalten oder einfach gleich die komplette Karte von schräg oben anziehen, anzeigen lassen mit allen Dachgeschossen, die wir sonst natürlich aufgedröselt bekommen, damit wir unsere Figuren sehen. Man hat die Möglichkeit, die Figur knien oder aufstehen zu lassen. Wir können die aktuell gewählte Figur zentrieren, weil natürlich ist eine große Karte, wir können uns alles anschauen und dann, oh je, welche Figur hatte ich jetzt, wo steht sie nur, kann man wieder zentrieren. Man kann die Figuren wechseln. Da gibt es interessanterweise eine Extra-Funktion, mit der man entweder nur wechselt oder wechseln und die entsprechende Figur für diesen Zug auch schon abschalten. Zum Beispiel, wenn man eh schon alles gemacht hat. Das macht manchmal Sinn, okay, wenn ich später im Spielverlauf ein großes Schiff habe mit, keine Ahnung, 25 Soldaten. Aber ansonsten, ein Alien taucht blöd auf und der Soldat, den ich vorhin abgeschaltet habe, weil er nur noch vier Zeiteinheiten hat, aber vier Zeiteinheiten sind halt ein Schritt. Das kann über Tod und Leben schon entscheiden. Also ich habe es eher nicht gemacht. Dann kannst du ins Optionsmenü wechseln, zum Beispiel, um zu speichern. Du kannst die Runde beenden oder du kannst den Einsatz abbrechen, was einem Verlust gleichkommt, aber im schlimmsten Fall als Schadensbegrenzung dient, weil ich so wenigstens die verbleibenden Kämpfer und eventuell Ausrüstung retten kann, was im Schiff verblieben ist. Ja und Ufo steuert sich da vielleicht etwas umständlich, aber für mich, also ich habe das so oft und so lange und so gern gespielt, mir ist das wirklich in Fleisch und Blut übergegangen. Und dieses komplexe Interface, das wurde schon damals kritisiert. Ich fand aber gerade diese ganzen Einstellungsmöglichkeiten echt toll. Wenn du mich jetzt fragst, hätte man das einfacher gestalten können, dann ja sicherlich ist das ein Gamebreaker auf gar keinen Fall. Eine Mission starten unsere Soldaten abseits der Basenverteidigung, der späteren Baseninfiltration immer in ihrem Einsatzschiff und davon ausgehend lasse ich sie dann ausschwärmen. Sobald ich dann ein Alien sehe, dann bekomme ich unten rechts ein Warnsymbol angezeigt und wenn ich da drauf klicke, dann zentriert es das Alien. Wenn es mehrere im Sichtfeld sind, dann erscheinen entsprechend mehrere Symbole. Dann gilt es eine gute Position zu suchen und zu schießen. Achtung, wie meine Soldaten verfügen auch die Aliens über Zeiteinheiten. Wenn man seinen Zug mit genügend verbleibenden Punkten beendet, dann kann man im gegnerischen Zug eventuell einen Unterbrechungsschuss ausführen, wenn der Gegner ins Sichtfeld kommt. Es läuft automatisch ab, also da können wir nichts einstellen, aber man muss vorsichtig sein, weil die Aliens das eben auch machen können. Es ist daher auch ausschlaggebend, in welche Richtung eine Figur blickt, weil man im Rücken eben keine Augen hat. Nicht mal die Aliens. Wenn wir den Zug beenden, dann zieht der Gegner seine Einheiten im Verborgenen, solange sie noch nicht in unserem Sichtfeld sind. Und dann sehen wir so einen dunklen Bildschirm mit dem Standbild eines grimmig schauenden Soldaten und ein Monster, das hinter ihm lauert. Man hört Geräusche, Schüsse, Türen, die sich öffnen. Das ist sehr spannend inszeniert. Ja, das ist toll. Diese Einsätze laufen dann so lange, bis eine Seite besiegt ist oder ich den Einsatz abbreche und die Mission damit verliere. Man kann jedes Mitglied seines Trupps einzeln steuern und da man große Trupps dabei haben kann, kann ein Zug schon eine ganze Weile dauern und ein ganzer Einsatz natürlich entsprechend ebenfalls. Manchmal ist es dann so, besonders spät im Spiel, da rennst du schon mal länger durch den Level und suchst halt noch diesen einen dämlichen Außerirdischen, der natürlich im letzten Winkel der Scheune irgendwo im Dunkeln für sich alleine sitzt und auf mich wartet. Und das kann so eine Mission schon strecken und das kann auch ein bisschen nerven. Was ich dann für mich gemacht habe, ich habe dann einfach gespeichert und habe die Leute einfach ohne Rücksicht auf Deckung blöd durch die Gegend laufen lassen, bis ich ihn gefunden habe, habe dann den Spielstand wieder geladen und dann eben gezielt gejagt. Ja, das ist die effizientere Variante, als da mit dem ganzen Trupp überall die komplette Karte nochmal abzulaufen. Ja, das dauert halt einfach. Ja, am Ende des Spiels, da wird uns klar, dass man der Alienbedrohung nur dann Herr werden kann, wenn wir auch den Ursprung ausmerzen. Und deswegen startet als großes Finale dann eine Mission auf den Mars. Also in die, wie wir alle wissen, in die Heimat der Aliens, wo man ganz am Schluss dann dem großen und ziemlich wehrlosen Mutterhirn gegenüber steht und mit ein paar gezielten Schüssen das Ende der Invasion besiegelt. Denn ohne Führung sind die Aliens überhaupt gar keine Gefahr mehr. Und das ist genauso antiklimaktisch, finde ich, dieser Endkampf, wie er schon wieder cool ist, weil du kommst dann wirklich in diesen Raum und da ist halt dieses Glibberhirn, dass halt dann, keine Ahnung, eine Figur ist ein Feld groß und das ist halt dann vier mal vier Felder groß und dann schießt du halt drauf und es wehrt sich nicht. Und das war's dann. Musikalisch ist das Spiel sehr stimmungsvoll untermalt. Das ist aber natürlich eher Ambient Sound, also bedrohlich und unterschwellig. Die generelle Vertonung gefällt mir sehr gut. Also wir haben es jetzt auch schon öfters gesagt, du hörst da viele Geräusche, du hörst Türen, die sich öffnen und schließen, du hörst Schritte, du hörst Schüsse, du hörst die Schreie. Das ist wirklich schön gemacht und das trägt zur beklemmenden und zur spannenden Atmosphäre bei. Und da muss es auch nicht diese krassen Ohrwürmer haben. Ich meine, die Intro-Musik, die ist schön, die bleibt vielleicht ein bisschen hängen, aber das sind jetzt nicht die unsterblichen Melodien, das lebt hier mehr von der Stimmung, die aufgebaut wird. Und das funktioniert sehr gut. Das Schöne ist ja, das ist auch aus der Zeit, in denen die Entwickler ja auch für den Roland MT-32 einen Soundtrack gemacht haben. Und das gibt es auch hier für UFO mit diesem ganz, ganz besonderen MIDI-Umsetzungen oder Prä-MIDI-Umsetzungen, den der MT-32 sich liefert. Also kann man genauso empfehlen wie die Soundblaster-Variante. Das ist ein schöner, schöner Ambient-Hintergrund. Ja, kommen wir zu den Entwicklern, zu dem Team hinter UFO. Der Schöpfer des Spiels ist der Brite Julian Gallop. Ich nehme mal an, so spricht man ihn aus. Das war ein großer Brettspiel-Fan, eine Leidenschaft, die von seinem Vater schon entflammt wurde. Der spielte Titel von SPI, wie also Squadleader beispielsweise oder natürlich auch von den berühmten Avalon Hill. Also Firmen, die extrem komplexe Kampf-Simulationsspiele anboten. Und sein erstes Spiel, das hieß Time Lords aus dem Jahr 1983, klassisch für einen britischen Entwickler für den BBC Micro. Science Fiction war in seinen Spielen meistens das vorherrschende Setting. Coding zu dem Spiel hat sein Freund Andy Greenbein gesteuert. 1983 kam dann noch ein zweites Spiel namens Islandia. Wohl das wichtigere von beiden, denn dort experimentierte man bereits mit Aktionsphasen. Das ist ein Strategiespiel, bei dem vier Spieler je eine Handelsgesellschaft spielen. Gallop erlernte dann selbst zu programmieren. Sein erstes selbst designte und gecodete Spiel war Nebula. 1984 kamen dann Rebel-Style-Raiders raus für den ZX-Spektrum, den Specki. Da bekämpfen sich zwei Trupps in rundenbasierten Taktik-Schlachten. Soldaten, die haben Namen und unterschiedliche Bewaffnung. Das kommt uns dann schon etwas bekannter vor. Da gibt es auch drei unterschiedliche Szenarios. Mondbasis, Raumschiff und ein befestigter Bunker. Das klingt noch mehr nach Ufo. Aber da gab es noch keinen Computergegner. Da musste man schon mit einem menschlichen Gegner spielen. Einfluss fand Gallop in Tabletop-Brettspielen. Wir sagten es schon als großer Fan, wie Squadleader und besonders auch Sniper von SPI. Sniper, das war als Spiel selbst vielleicht nicht so der Bringer, aber das hatte ein Überwachungsfeuer- Konzept. Man konnte also Bewegungspunkte aufsparen, um gegnerische Züge zu unterbrechen. Zu diesen Spielen galt damals wie heute, sie sind sehr teuer. Viele verwenden unzählige Pappmarker, weil gerne auch mal globale Kriegsszenarien dargestellt werden. Das bedeutet auch eine sehr lange Aufbauzeit und oft eine ewig lange Spieldauer. Da ist ein Computerspiel natürlich schon eine verlockende Alternative für den Sonntagvormittag. Ich weiß noch, ich hatte einen Freund, der hatte früher ein paar so Spiele und die kamen ja auch immer auf so Papierkarten, die dann natürlich auch nicht plan auf dem Tisch lagen, sondern sich immer so ein bisschen gewölbt haben. Und dann kam es auch ganz oft vor, dass die Papp-Counter verrutscht sind. Und dann gab es natürlich nach acht Stunden Spiel dann Streit, wo welcher Counter jetzt lag. Die Stimmung war im Keller. Spiel konntest du nicht beenden. Das war ein echter Scheiß, Daniel. Ich bin mal gespannt, ob ich da auch irgendwann mal hinkomme. Mit meinem Sohn noch spiele, sind es eher Spiele bis zehn. Das geht noch. Das ist noch übersichtlicher. Mal gucken in ein paar Jahren. 1985 war Julian Golob dann auf der Uni und dann kam ein Spiel von ihm namens Chaos. Das basierte auf einem, ja, auf ein paar Jahre vorher entworfen hatte und das wiederum beeinflusst war von einem Games Workshop-Spiel namens Warlock. Ein Jahr später, 1986, erschien dann Rebelstar, der Nachfolger zu Rebelstar Raiders. Und irgendwie ganz komisch, normalerweise denke ich immer, wenn der Nachfolger kommt, dann hängt dir irgendwas dran. Aber hier lässt der Nachfolger was weg. Abseits von diesem Weglassen im Titel war es natürlich eine erweiterte und verbesserte Version des Vorgängers, vor allem um einen Computergegner. Na endlich. Zudem gab es unterschiedliche Feuermodi, also gezielter Schuss oder spontaner Schuss, die unterschiedliche Aktionspunkte kosteten. Hm. Außerdem gab es Opportunity Fire, also eben die Möglichkeit, die Aktionspunkte im gegnerischen Zug für eine Unterbrechung zu nutzen, wenn der Feind aus seinem Loch gekrochen kommt. Und man konnte fallen gelassene Waffen aufheben und die eigenen Einheiten konnten verschiedene Waffen wählen. Man musste mit der Munition haushalten, man musste nachladen. Also wir merken, wir kommen UFO Schritt für Schritt immer näher. Das wurde in Draufsicht dargestellt, wie all die Taktikspiele von Golob bis UFO. Und das sorgte natürlich für eine besonders gute Übersicht. Das Spiel erschien bei Firebird als Budgettitel für 1 Pfund 99, also gut 10 Mark damals. Und das bekam im Crash Magazine 93%. Bot allerdings nur ein einziges Szenario, das sollte man noch erwähnen. Zwei Jahre später erschien dann das Sequel, Rebel Star 2, Alien Encounter. Das sieht dann auch schon ziemlich schick aus mit so einer Science-Fiction-Schrift, ähnlich wie der Vorgänger, aber nochmal so knallig abgesetzt und hat was von Ultima irgendwie, von diesen klassischen Rollenspielen von oben. Aber ist natürlich, ja, das ist genau, das sind aber neue Gegner, Aliens, die sehen auch wirklich aus wie Aliens. Da hat Giga bestimmt mitgearbeitet, oder? Stimmt, ja. Müssen wir im Design-Dokument mal gucken, ob er da erwähnt wird. Da ist das Ziel, möglichst viele Aliens zu töten, anschließend dann noch die Königin und schließlich dann mit den Eiern zu entkommen. Mit den Alien-Eiern zu entkommen. Also super Idee, würde ich sagen. Was kann da schon passieren? Auch das Spiel kostete zwei Jahre später dann immer noch einen Pfund 99 und bekam bei Crash auch noch starke 90 Prozent. Da war ja auch ein brittiges Spiel. Das Problem war, die Spiele, die verkauften sich zwar ganz gut, einige tausend Exemplare, aber es waren eben Budget-Spiele. Und der Julian, der hat angegeben, dass er für die zehn Monate Arbeit gerade einmal tausend Pfund bekommen hat. Da konnte man natürlich nicht von leben. Deswegen beschloss er dann auch 1988 noch gemeinsam mit seinem Bruder Nick eine eigene Firma zu gründen und sie Target Games zu nennen. Und die Idee war, die Spiele einfach selbst zu veröffentlichen und damit einen größeren Gewinn einzufahren. Cut the Middleman. Das erste Spiel von Target Games war dann Laser Squad, das 1988 für den Specki, ich möchte das auch mal sagen, und den C64 erschien. 1989 kam das dann auch für den ST und für den Amiga und den Preis der Amiga-Version, die habe ich tatsächlich gefunden. Das war 19 Pfund 99, also hier um den Faktor 10 nach oben geschoben. Heieiei. Allerdings, der Selbstvertrieb klappte leider nicht so wie geplant. Das Spiel war zwar anfangs direkt bei Target Games bestellbar, aber man erkannte, dass es eben doch durchaus seine Vorteile hat, wenn man eine Zwischenstufe zwischen Entwickler und Kunden hat. Im Laden sehen es halt einfach viel mehr Menschen. Und so fand man mit Blade Software einen Publisher. Ja, über Publisher wird ja immer gern geschimpft, aber die machen halt doch irgendwas. Ja, das sind doch Vorteile. Haben schon ihre Berechtigung. Muss man sich darum nicht kümmern. Ja. Ja, Laser Squad, das baut auf den Battlestar-Spielen auf. Neu ist da die versteckte Bewegung. Da sah man die Bewegung des Feindes nicht, wenn er sich nicht im Sichtfeld der Figur befand. Und die Blickrichtung der Figur spielt auch hier eine große Rolle. Man sieht nur Feinde im Sichtfeld und niemanden, der sich im Rücken der Figur befindet. Und Opportunity Fire war jetzt kein eigenständiger Befehl mehr, sondern wurde automatisch ausgelöst, wenn man während des gegnerischen Zuges genügend Aktionspunkte aufgehoben hatte. Laser Squad, das kam ursprünglich mit fünf Szenarien. Später gab es dann noch ein Expansion-Pack für die 8-Bit-Versionen mit zwei weiteren Szenarien. Und es bekam abermals traumhaft hohe Wertungen im hohen 90er-Bereich. Aber es gab jetzt auch Stimmen, gerade von Testern der 16-Bit-Versionen, die das Spiel zwar per se gut fanden, aber denen fehlte eben der große Entwicklungssprung von den Vorgängern, die ja auf viel weniger potenten Rechnern gelaufen waren. Da muss doch mehr drin sein, war so der generelle Tenor. 1990, da hat sich dann Target Games in Mythos Games umbenannt. Da gab es ja noch parallel eine schwedische Firma, gleichen namens, die es von 80 bis 99 gab. Aber die brachten ja keine Videospiele raus. P&P-Titel, sowas wie Mutant zum Beispiel. Das erste Spiel von Mythos Games war Lords of Chaos, also ein Nachfolger von Chaos, dem rundenbasierten Arena-Kampfspiel von 1985. Anschließend wollte man einen Nachfolger zu Laser Squad angehen mit der tollen neuen 16-Bit-Grafik und auch mit einem isometrischen Look statt dem bisherigen Top-Down draufsicht. Ende 1991 gab es einen Prototyp für den Atari ST und das Spiel wurde als Laser Squad 2 für 16 Pfund 99 in Mail-Order-Werbung gelistet. Das ist ein Preis, den das Spiel sicherlich wert gewesen wäre. Wisst ihr allerdings, was weniger kostet und sein Geld auch allemal wert ist? Wenn man die Nerd-Welden auf Patreon und auf Steady unterstützt. Das kostet nur 5 Euro monatlich und dafür bekommt ihr Bonus-Folgen, die nicht im freien Feed verfügbar sind. Und das Tollste, wenn ihr jetzt ein Abo abschließt, dann erhaltet ihr sofort Zugang zum gesamten Bonus-Backlog. Und diese finanzielle Unterstützung ist wichtig, denn auch unsere freien Folgen, so wie diese, finanzieren sich damit. Wenn ihr unsere Podcast also gut findet und uns unterstützen möchtet, dann wäre es klasse, wenn ihr euch das mal überlegen könntet. Vielen Dank. Ja, trotz des Listings war Laser Squad zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht fertig. Das war also etwas verfrüht und man hatte auch sehr hohe Ziele. Einen neuen Publisher und keine Budgetspiele, Klitsche oder kleine Namen mehr. Nein, da wollte man schon ein Big Player werden, um das Spiel in die Welt zu tragen. Und man engte die Wahl auf drei Namen ein. Grisalis, Domag und die englische Filiale von Microprose, also alle Mitsits in England. Grisalis hatten für die MSX-Version von Laser Squad verantwortlich gezeichnet und hatten Anfang der 90er einige Spiele zu Manchester United gebracht, von denen bei uns ein paar mit einer Lothar Matthäus Lizenz erschienen sind. Und gerade Lothar Matthäus Supersocker habe ich persönlich sehr gern gespielt. Das war ein schönes Spiel. Domag war allerdings ein größerer Name. Die machten zum Beispiel Umsetzungen von Trivial Pursuit oder von James Bond Spielen. Aber wirkliche Strategiegrößen waren halt beide Firmen nicht. Ganz im Gegensatz zum dritten im Bunde. Microprose, die waren damals ja schon riesig. Die hatten da schon Pirates rausgebracht. Da gab es Civilization, Railroad Tycoon, die Simulationsspiele und die fanden Laser Squad 2 schon gut, aber hatten schon ein paar Einwände, weil die Kämpfe, die waren zwar gut, aber sie wollten ein großes Spiel mit richtig viel Fleisch am Knochen und vor allen Dingen mehr Nähe zu Civilization, das in diesem Jahr gerade erschienen war. Microprose hatten eine britische Niederlassung bei Chipping Sudbury, nordöstlich von Bristol. Und die hatte eher den negativen Ruf einer Spielzeugabteilung. Die großen Titel kamen von der Mutterfiliale in den USA. Und hier machte man eben hauptsächlich Konvertierungen und ja, man wollte sich jetzt halt auch einfach mal gerne selbst profilieren. Ein zusätzlicher Wunsch war, dass man die Erde als Setting haben würde, weil das für mehr Dramatik sorgen würde. Auch der Tech Tree aus Civilization, wir empfehlen da ja vielleicht an dieser Stelle mal unsere Besprechung von Civilization. Das war die Nordwelten Episode 113. Dieser Tech Tree nahm Einfluss auf das Erforschen des neuen Spiels. Bestimmte Bedingungen müssen erfüllt beziehungsweise erforscht sein, um neue Ziele erreichbar zu machen. Das bedeutet, dass nicht sofort alles freigeschaltet ist und man sich ja dann eh nur auf die Rosine beschränken würde, sondern dass du dich wirklich hocharbeiten musst und auch mal mit der Zwille anfängst, bevor es die dicken Geschütze gibt. Und das ist ein wichtiges Element, um so ein Spiel frisch zu halten. Mit diesem größeren Setting änderte sich eben auch der Name von Laser Squad 2 zu UFO. Da gab es in den 70ern eine gleichnamige britische TV-Show. Darin kämpft eine Organisation namens Shadow gegen eine Alien-Invasion. Und da kann man sicher auch einige Parallelen erkennen. Da ist zum einen mal die Namensähnlichkeit wohl mehr als Zufall. Und zudem sind auch einige Beteiligte, vor allem der Microbrows-Producer Peter Morland, große Fans der Serie waren. Zur besseren Unterscheidung bekam dann auch das Computerspiel den Zusatz Enemy Unknown. In den USA hieß es wie erwähnt XCOM UFO Defense. Ist vielleicht der griffigere Titel. Der Nachfolger griff das ja auch auf. Und die hatten auch völlig unterschiedliche Cover. Das eine ist, das amerikanische ist eher eins, wo man Hintergrund wird sagen, den Mars sieht und ein Raumschiff, das rausfliegt. Sehr groß mit der Schrift XCOM drauf. Eher in schwarz-rot gehalten. Eher nüchtern, würde ich jetzt fast sagen. Gegenüber dem UFO Enemy Unknown, wo man wirklich diverse hässliche Aliens sieht. Ich glaube im Hintergrund gibt es da noch mehr. Mit Waffen und die auf einen zukommen. Eher sehr bunt, wie man es, sage ich mal, aus Mitte der 90er von Spielepackungen hierzulande auch kannte. Das ist mir etwas näher, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie sieht es bei dir aus? Also dieses amerikanische Cover mit dem Schiff, das ist halt mega generisch. Ich meine, das sieht cool aus. Ist ein schönes Bild, gefällt mir schon gut. Und dann dieses, das europäische, das sind ja irgendwelche komischen Aliens, die haben Fliegenköpfe auf einem, keine Ahnung, auf einem Blumenstiel und dann so mechanische Waffenarme. Das schaut eigentlich schon ganz schön kacke aus, aber das ist halt so kacke, dass es schon wieder ziemlich geil ist. Also mir gefällt das auch viel besser. Die Kosten für dieses Spiel beliefen sich auf 115.000 Pfund, also wohl viel mehr als ursprünglich geplant war. Aber das lag auch daran, dass die Entwicklung sehr sperrig war. Auch, weil Nick und Julian Gollop Design und Programmierung übernahmen. Die Artworks entstanden aber bei Microprose und dafür zeichneten John Wrights und Martin Smilly verantwortlich, wenn es so ausgesprochen werden. Und das gab laut Julian Gollop Spannungen, weil die zwei das Game Design nicht verstanden und man musste sich Dokumente hin und her schicken, um zu klären, was man jetzt genau wollte. Und am Ende war man doch nicht weiter als vorher. Also das führte dazu, dass einige Alien-Designs wie ein geplanter Man in Black zum Beispiel völlig aus dem Spiel rausflogen und dafür andere hineingenommen wurden. Ja, eigentlich sollte alles in anderthalb Jahren fertig sein. Aber wer hätte es gedacht? Es dauerte gute 30 Monate und die letzten paar waren auch ein heftiger Crunch. Das Projekt, das tänzelte permanent am Abgrund auch eingestampft zu werden. Und ein wichtiger Aspekt dabei war, dass Spectrum Holobyte 1993 Microprose übernahm. Und wie das immer bei so einer Übernahme ist, die haben sich angeschaut, was da gerade so in der Entwicklung steht und waren kein Riesenfan von UFO nach allem, was man hört. Und die seckten das Spiel kurzerhand ab. Zumindest mal dachten sie das, weil im März 94 wurde das Spiel nämlich trotzdem fertiggestellt. Wohl aus dem Grund, weil man beim Microprose intern an das Spiel nach wie vor glaubte und die Bosse dem Team einfach nicht mitteilten, dass es gecancelt worden war. Das ist wunderschön. Das ist aber auch interessant, dass das durch das Controlling über so viele Monate dann weitergelaufen ist. Da waren die Ausgaben wirklich überschaubar, dass man das da noch so lange hat geheim halten können. Aber wahrscheinlich war da in 93 so viel Chaos bei der Übernahme, wie das ja immer so ist bei so einem großen Merger, dass das da noch funktioniert hat. Ein Glück hat es nicht noch länger gedauert. Wahrscheinlich hätten sie bis 95 nicht durchgehalten. Ja, es lag bestimmt auch daran, dass das ja nicht viele Ressourcen verbraucht hat, wenn dann nur zwei Leute im Endeffekt dran saßen und dran gearbeitet haben oder vier Leute. Die letzten Monate waren dann aber auf jeden Fall tough, weil Spectrum Hollowbyte haben dann doch noch Wind von der Sache bekommen, dass dieses Spiel, das ja eigentlich gecancelt war, doch noch weiterentwickelt worden ist. Und dann haben sie darauf gedrängt, dass es jetzt mal schleunigst fertig wird, weil dann hätten sie ja ein Spiel gehabt, das man noch im laufenden Finanzjahr rausbringen könnte. Und das bedeutete zehn bis zwölf Stundentage, sieben Tage die Woche. Kommerziell war das Spiel dann erfolgreich. Die DOS-Version, die hat 600.000 Einheiten verkauft, also ohne die anderen Version. Und die Hälfte der DOS-Verkäufe, die beliefen sich auf die USA, was für ein europäisches Spiel schon beachtlich ist. Was vielleicht half war, dass, wie gesagt, der Name dort XCOM war und zu dieser Zeit ja auch Acte X, also im Original, die X-Files gerade ein Jahr vorher gestattet war. Und da finden sich natürlich auch einige Elemente wieder. Das kann schon gut sein. Bei Microprose war man jedenfalls sehr zufrieden mit dem Spiel und trat an die Gollops heran und sagte, hey, macht mal Nachfolge, aber jetzt mal ein bisschen hurtig. Ja, schau mal, sechs Monate werden ja wohl mal reichen, oder? Ja, in so einem kurzen Zeitraum kann man natürlich kein großartig anderes Spiel erschaffen. Wir rufen uns nochmal ins Gedächtnis. UFO, 30 Monate, jetzt nur ein Fünftel der Zeit. Also die Gollop-Brüder hatten ihre Zweifel, aber sie waren bereit, den Code an Microprose zu lizenzieren, damit die einfach ihr eigenes Spiel machen können. Und dieses Spiel erschien dann im Jahr 1995, also nur ein Jahr nach UFO unter dem Titel XCOM Terror from the Deep. Und im Endeffekt ist das eigentlich nur eine bessere Mission Disc und das alte Spiel in einem anderen Anstrich mit ein paar kleinen Änderungen hier und da. Aber ansonsten Geoscape, Forschung, Basen, Aliens abfangen, das kennt man alles. Es sieht nur minimal anders aus. Die Steuerung, das Interface, alles bekannt. Die große Besonderheit ist, das Spiel hat jetzt ein Unterwasser-Setting. Also die Aliens kommen nicht mehr aus dem All, sondern kommen aus dem Wasser. Das bedeutet auch, im Geoscape beschäftige ich mich jetzt nicht mehr mit den Landmassen, sondern mit dem Wasser, wo die Ufos früher reingestürzt sind und weg waren. Jetzt spielt es eben hier. Neu sind ellenlange Einsätze auf Schiffen, also genauer auf Kreuzfahrtschiffen oder auf Öltankern, die ewig dauern. Das sind ja, meine ich, sogar zweigeteilt. Einmal im Bauch des Schiffs und dann obendrauf. Gerade die Kreuzfahrtschiffe, die haben oben dann noch zahllose kleine Kabinen. Und natürlich steckt dann immer, Daniel, immer in der letzten Kabine, die ich noch nicht erforscht habe, der letzte Außerirdische drin. Ah! Ja, und zudem wurde noch der eh schon happige Schwierigkeit aus dem ersten Teil nochmal hochgeschraubt. Die Bewaffnung gerade zu Beginn, die fühlt sich auch deutlich schwächer nochmal an, als in Teil 1 ist ein härterer Einstieg. Und in UFO beginnt man mit Sturmgewehren und bei XCOM mit Harpunenwerfern. Und weißt du, was saudumm ist, Daniel? In Terror from the Deep gibt es Waffen, die man nur unter Wasser nutzen kann. Aber es gibt eben auch Einsätze an Land. Wenn du jetzt Pech hast, weil du, keine Ahnung, die Beschreibung nicht ordentlich gelesen hast oder nicht aufgepasst hast beim Ausrüsten deiner Mannen, dann hast du eine Waffe dabei, die du nicht einsetzen kannst, weil sie an Land nicht funktioniert. Das ist scheiße, weil man da so leicht reinfallen kann. Ich glaube, das Problem betrifft dieses Pendant zum Laser aus UFO. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie der in Terror from the Deep heißt. Ist ja egal. Ansonsten zusammenfassend kann man sagen, in diesem Spiel ist so wenig anders, dass es nicht nur an eine Frechheit grenzt. Es ist eine Frechheit, dass man das als Vollpreistitel verkauft hat. Und wie gesagt, ich habe damals beide Spiele für je 150 Mark gesehen. Aber Daniel, ich liebe Terror from the Deep. Für mich macht dieses Setting, dieses Unterwasser-Setting und dann hat es ja noch diesen Cthulhu-Lovecraft-Einschlag. Das macht so viel aus. Diese winzigen Änderungen, die brutal langen Einsätze auf den Schiffen und in diesen Urlaubsregionen oder Häfen statt Städten wie in UFO. Was ist so gut? Also allein diese creepy Missionsmusik, die ist ja nochmal so viel besser. Ja, es ist das gleiche Spiel, nur eben unter Wasser. Aber es ist und bleibt wahrscheinlich mein großer Favorit. Und Julian Gollop hat dann später auch über Terror from the Deep gesagt. Er hat es nicht so viel gespielt, aber er fand die Grafik ziemlich cool. Also da gibt es ein paar Verbesserungen. Und er denkt aber, dass es ein Fehler gewesen sei, dass man die Missionen einfach größer und länger gemacht hätte. Trotzdem, das Spiel kam auch gut an. Bis Ende 97 haben sich dann beide Teile etwas über eine Million Male verkauft. Wie stehst denn du zu Terror from the Deep? Ich habe das nicht so viel gespielt, aber das lag, glaube ich, eher an der Zeit, in der es rauskam. Da habe ich generell nicht so viel gespielt, weil rein vom Setting mag ich das auch sehr. Und ich hatte da auch Spaß. Aber ich kann mich noch erinnern, dass ich so weit gespielt hatte, dass dann die Missionen so ewig lang auch teils wurden, dass ich glaube, dann doch auch damals vielleicht nicht so sehr die Geduld hatte. Ich habe das jetzt heute nochmal angespielt. Mal gucken, vielleicht spiele ich eher das nochmal etwas deutlich weiter als jetzt der UFO. Es ist hinten raus halt dann fies, wenn du dann viele große Einsätze hintereinander hast. Also Basenangriff und dann die Schiffseinsätze. Ja, aber es ist halt echt gut. Es ist echt gut. Ja, während Microprose also Terror from the Deep entwickelte, rausbrachte, dann arbeiteten Mythoscapes an einer eigenen Fortsetzung namens XCOM Apocalypse. Und es ist eine wirkliche Weiterentwicklung der Formel. Das Kernkonzept des Spiels, das stammt aus einem Judge-Dredge-Spiel, das Golob Jahre vorher schon konzipiert hatte und in dem der Spieler mit verschiedenen Unternehmen und Fraktionen zu tun hatte. Aber 1997, da hat er die Echtzeitstrategie übernommen. Rundenbasiert war da sehr alt, sehr alt. Da gab es Warcraft, Command & Conquer und auch das neue XCOM baute in den Kämpfen auf Echtzeit. Die Welt, die besteht aus Megastädten und wir befinden uns statt auf einer Weltkugel nur noch in einer Stadtübersicht. Dort tun sich Dimensionsportale auf und die Verteidigung liegt, wie wir raten es, wie immer einmal mehr an uns. Die Einsätze lassen sich generell in Echtzeit spielen, aber wir können sie auch rundenbasiert spielen. Ja, aber zwei Spielmodi bedeuten natürlich auch doppelten Aufwand und das erschwerte die Entwicklung. Das führte dazu, dass Features rausflogen, unter anderem ein Multiplayer oder ein Szenario-Editor. Und Julien Golob verglich die Entwicklung mit den Dreharbeiten vom Titel sehr passenden Vietnam-Drama Apocalypse Now. Es ging einfach eine Menge schief, es gab Spannungen, vor allem auch, weil Micropros sich immer wieder einmischten. Julien Golob erklärte, dass er es bedauerte, dass er die Aufgabe Terror from the Deep in sechs Monaten zu entwickeln nicht einfach doch übernommen hätte und dann, Zitat, einfach ein Jahr gebraucht hätte, wie sie es auch gemacht hatten. Trotzdem war Apocalypse immer noch ein profitables Spiel. Und von meiner Warte möchte ich jetzt sagen, ich habe mich damals sehr auf dieses Spiel gefreut und ich war mir sicher, als ich damit nach Hause fuhr, dass ich hier mein neues Lieblingsspiel in Händen halten würde, weil ich ja von den Vorgängern so begeistert war. Und ich weiß noch, wie heute, was für eine Enttäuschung das für mich war. Das sah einfach damals schon, das sah einfach nicht gut aus, das Spiel. Vor allem das Alien-Design, das war ja lachhaft. Und dann spielte es sich nicht mehr so gut. Die tolle Atmosphäre war wie weggewischt. Also ich habe es hier, das ist eine der Bigboxen, die ich mir Regal stehen habe. Ich muss da immer ein bisschen seufzen, wenn ich es angucke. Trotzdem, der Knut Gollert gab in Powerplay 8,97 86 Prozent und davon bin ich meilenweit entfernt. Also das hat mich echt schwer getroffen und das schmerzt mich auch heute noch. Hast du den dritten Teil gespielt? Nee, denn da habe ich mir nur mein Video angeschaut. Das habe ich damals nicht gespielt. Aber ich muss auch sagen, das sieht nicht mehr so stimmungsvoll aus. Da fehlt irgendwie die Atmosphäre. Das hätte mich jetzt auch gar nicht gereizt, das nochmal zu spielen. Im Jahr 1998, da kaufen dann Hasbro Micropros und im gleichen Jahr kam XCOM Interceptor raus. Das war ein Weltraumsimulator, der sich grob wie X-Wing oder Wing Commander spielte. Da haben sie stattliche 30.000 Stück für verkauft. Wobei also die Idee ist ja eigentlich gar nicht mehr so verkehrt, finde ich, weil man wollte das XCOM-Universum ausdehnen und dieses Abfangen, das ist in UFO und in Terror from the Deep in beiden Spielen sehr abstrakt gehalten. Ich finde, die Idee, das auszuleuchten, die ist vielleicht nicht mal verkehrt und das bekam in der Powerplay 85 Prozent. Also na, das ist schon, das ist schon was. Trotzdem hat mich das nie gereizt. Habe ich auch nie gespielt. Ja, mich auch nicht. Ich habe das auch nie gespielt. Ich meine, der Reiz bei UFO war eher so diese Kombination aus diesen verschiedenen Spielmechaniken und da jetzt einfach eine rauszuziehen, um da einen Simulator zu machen. Also da habe ich, wenn X-Wing und Wing Commander haben wir ja beide viel gespielt, aber auch ein richtiger Nachfolger war in Entwicklung, XCOM Alliance. Das war für 1999 angekündigt, also für das Jahr, in dem das Original UFO gespielt hat. Das war eher ein Taktik-Shooter, basierend damals schon auf der Unreal Engine, dass ich Inspiration beim Amiga-Spiel Hired Guns geholt hatte. Man hatte einen Vierertrupp Soldaten und für jeden einen Bildschirm mit dessen Sicht. Kennt man auch zum Beispiel von Space Hulk. Da hätte es auch eine freundliche Alien-Rasse gegeben, daher der Name Alliance. Das wurde aber schon von 1995 ab bis 2002 noch von verschiedenen Teams hin und her gereicht und am Ende wurde aber nichts draus. Es gab Promo-Screenshots auf der E3-99 und da war das Spiel dann wohl zu 70 Prozent fertiggestellt. Es gab auch noch einen Ego-Shooter namens XCOM Enforcer, für den man Material aus Alliance verwurstete, aber das war nach allem, was man so liest, auch ziemlich vergessenswert. Ja, das ist schon echt schade, was da nachklappt und noch so alles kam. Ebenso gecancelt das eher klassisch gehaltene XCOM Genesis. Wieder mit Geoscape und Forschung, aber Echtzeitkämpfen. Das war wohl für irgendwann um 2001 angedacht war. Dann wurde aber das zuständige Studio geschlossen, obwohl man verlauten ließ, dass das Spiel zu 80 Prozent fertig gewesen sei. Was es dagegen noch gab, war E-Mail-Games-XCOM. Also bewegen, E-Mail schicken, abwarten. Es kam irgendwann 1999. Also dieses Play-by-Mail-Konzept, das hat mich nie gereizt. Hast du sowas mal gemacht? Nee. Das ist auch was für Leute, die nur mit Excel-Tabellen rummachen. Naja. 2001 schnappten sich Affogramm dann Microprose. Die verkauften die IP dann an Take-Two und die übertrugen sie an ihre Tochter 2K-Games. Und das führte dann zu den modernen Remakes von deren Tochterfirma, Firaxis. Genau. 2012, da kam der erste Teil raus, XCOM Anime Unknown, XCOM da ohne Bindestrich von Firaxis, also der Firma von Sid Meier. Der Nachfolger kam vier Jahre später, XCOM 2. Ich habe die selbst auch beide gespielt. Die hatten mir viel Spaß gemacht. Die waren auch deutlich stärker auf eine Inszenierung ausgelegt. Ja. Und das waren sehr kompetente Spiele. Also die haben Spaß gemacht. Ja. Ja, aber für mich stehen sie trotzdem nicht auf der gleichen Stufe wie die beiden alten Spiele, weil sie mir persönlich einfach zu cineastisch irgendwie sind. Das sind super, sind gute Spiele. Ich habe die auch gern gespielt. Das möchte ich jetzt nicht sagen. Ich will sie nicht schlecht reden. Aber für mich stehen die zwei alten einfach nochmal auf einer anderen Stufe. Das ist vielleicht das, was ich sagen möchte. Also ich sage mal, diesen Charme und auch dieses erstmalige Zusammengesetzte von den verschiedenen Spielprinzipien, das war halt damals beim ersten Teil und vielleicht auch noch bei Terra from the Deep einfach da. Das war natürlich dann schon, also da gab es halt schon viel bis zu diesem Zeitpunkt. Das waren dann halt gute Spiele, aber hat man halt auch vieles auch schon von gesehen gehabt. Also die würde ich jetzt auch nicht auf die gleiche Stufe stellen. 2013 gab es dann noch The Bureau XCOM Declassified von 2K Marin. Auch wieder ein Shooter, so ein alternativer 1950er Setting, meine ich. Kram, glaube ich, so ganz okayische Wertungen. Habe ich aber auch, hat mich auch nicht tangiert, weil ich mir auch gedacht habe, ach Leute, Shooter, come on, das will doch keiner. Mehr meine Richtung war dann Xenonauts aus dem Jahr 2014, das über Kickstarter finanziert wurde. Das war wieder sehr dicht an UFO. Ja, aber wie ging es jetzt mit Julian Gollop weiter? Kurz nach Apocalypse, da brach er mit Microbrows, denen man ja für mehr Gewinnbeteiligung die Namensrechte übertragen hatte. Und der machte auch weiter Spiele, zum Beispiel dann 98 einen neuen Chaos-Ableger namens Magic and Mayhem. Ja, oder The Dreamland Chronicles Freedom Ridge. Zumindest wollte er das machen. Das sollte nämlich für PC und Playstation 2 erscheinen und war als so eine Art 3D-Remake des ersten UFOs geplant. Das wurde dann auch 2001 gecancelt, weil Virgin als Publisher absprang und dann fand sich einfach kein neuer. Elemente aus dem Spiel flossen dann aber in Alter Interactives UFO Aftermath ein. Das selbst auch wieder zwei Fortsetzungen bekamen, nämlich Aftershock und Afterlight. Und die habe ich damals auch im Laden gesehen, habe mir gedacht, oh neue UFO-Spiele, aber die sahen auf der Packung immer schon so billig aus. Das hat mich auch immer null angesprochen. Ah, das sah halt aus wie gewollt und nicht gekonnt. Da bin ich auch immer lieber bei den Originalen geblieben, obwohl die vielleicht in Wertungen gar nicht so schlecht waren, wie ich sie damals, wie ich damals den Eindruck hatte. Mythos Games waren noch durch einen Vierspiele-Deal an Virgin Interactive gebunden und sie wurden erst von Interplay und dann Titus Interactive gekauft. Titus wollten Mythos aber kein Geld mehr geben, also wurde Mythos dann geschlossen. Die Golob-Brüder, die gründeten 2001 noch Kodo Technologies und brachten 2002 Laser Squad Nemesis raus. Ein Play-by-Mail-Revival von Laser Squad. Also was für die große Masse. Aber 2005 gab es ein Game Boy Advance Spiel namens Rebel Star Tactical Command. Und das habe ich gespielt und ich kannte den Zusammenhang damals nicht und da war ich total platt, weil das ist ja der Taktikkampf aus UFO. Wow. Da habe ich mir gedacht, das kann ja nicht sein. Das ist ja genau das Spiel, was ich früher mal gespielt habe. Das ist ja total toll. Das kam von Golob's Studio Kodo Technologies damals und da fehlte mir halt dann leider dieser Wirtschaftsteil. Die Taktik, die ist gut wie eh und je, aber für mich ist es halt einfach die Mischung, die diesen großen Mehrwert an Spielspaß ausmacht. Insgesamt war dieses Rebel Star Tactical Command eher japanisch gehalten, also mit putzigen Figuren. Das schaut fast aus wie ein JRPG, aber wenn man da mal drüber stolpert und ein gutes Taktik-Spiel für den Game Boy haben will, das kann man machen. Das ist schon in Ordnung. Dafür hätte es übrigens auch ein Sequel geben sollen namens Rebel Star 2, The McClone Conspiracy, aber das ist letztendlich dann nicht zustande gekommen. Julian Golob ging dann nach Bulgarien und arbeitete dort bei Ubisoft Sofia. Ja, seit 2017 ist er CEO und auch Chefdesigner bei Snapshot Games, das er 2013 mit David Kay gegründet hat. 2015 erschien Chaos Reborn, das 2014 via Kickstarter finanziert wurde. Das ist ein Remake des 1985er Chaos. Zauberer gegen Zauberer, das kam gut an und ist auch ein gutes Spiel nach allem, was man hört. 2019 kam Phoenix Point raus, ein geistiger XCOM-Nachfolger. Die Wertungen waren aber eher okay und sieht den Fireaxis-Spielen aber sehr ähnlich. Also ich habe es ja schon gesagt, die Stärke der ersten beiden Spiele hat XCOM für mich zumindest nie wieder erreicht und obwohl ich eben die Fireaxis-Spiele trotzdem gern gespielt habe. Wenn man jetzt das Original-UFO heute spielen will, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Das kriegst du auf keine Ahnung, Steam, GOG, wo auch immer. Es gibt aber auch so eine Open-Source-Klon-Version namens Open XCOM mit vielen Einstellungsmöglichkeiten. Also da gibt es schon Möglichkeiten, wie man das machen kann. Ganz witzig, es gab 1995 auch ein Buch zum Spiel. XCOM-UFO-Defense, A Novel von Diane Dwayne. Das bekam schlechte Kritiken und ich möchte sagen, absolut zu Recht, das lässt sich beschissen lesen. Ich habe mich da jetzt dran gewagt und ich bin da nach wenigen Seiten echt brutal dran gescheitert. Eieieiei. Ja, es gab dann 1997 in Russland noch ein weiteres Buch, ein Roman, geschrieben von Wladimir Vasiljev. Das Buch erzählt die Geschichte einer der acht ursprünglichen XCOM-Truppen vom Beginn des Konflikts bis zum letzten Angriff. Und ja, das Spiel war auch in Russland sehr populär. Deswegen kam es da auch zu diesem Buch, auch wenn es dort keine Tandemen gab, weil es rein über Software-Piraterie verbreitet worden war. Das ist schon bitter. Es gab übrigens auch ein echt cooles Pen & Paper-Rollenspiel namens Contact von Robert Hamberger, in dem man eine Organisation spielt. Ja komm, was soll's. Es ist einfach UFO, das Rollenspiel. Es gibt da sogar so ein Schrecken aus der Tiefequellenband. Geil. Leider, möchte ich sagen, ist das ein eher komplexes Spiel. Ich habe da seit Jahren hier ein paar Bücher in meinem Regal stehen, aber ich habe das noch nie gespielt. Wenn sich da jetzt zufällig ein Hörer als Spielleiter für uns berufen fühlen sollte, das wäre doch mal wieder was. Was macht eigentlich dieser Moritz Mehlem den ganzen Tag? Den muss man sogar mal anrufen. Lass uns jetzt vielleicht mal zu den zeitgenössischen Rezensionen wechseln. Im internationalen Schnitt liegen die Amiga-Wertungen unter der DOS-Wertung, weil man ohne Festplatte auf die Disketten wechseln musste und die gegnerischen Züge wohl arg lang werden konnten. Ja, in der Amiga Power 51 im Juli 95, da gab es von Kieran Gillen 36 Prozent, wenn man von Diskette spielt, und 66 Prozent für Festplatte. Also 30 Prozent für die Convenience, dass man nicht tauschen muss. Zitat, Laser Squad meets SimCity, leider mit einer Überdosis Valium sehr harte Wertung. Aber da hat vielleicht die Amiga-Variante einfach abgeschreckt, weil sonst gab es hohe Wertungen und beispielsweise IGN haben das Spiel auch als bestes PC-Spiel aller Zeiten in 2000 benannt und nannten es das beste PC-Spiel, das wir jemals gespielt haben. Und sogar noch 2007. Es gibt noch immer kein PC-Spiel, das mithalten kann mit dem mächtigen XCOM. Das ist in 2007 natürlich eine Ansage für ein Spiel, das da ja schon 13 Jahre alt ist. Ja, aber ich kann mich daran erinnern, dass ich das 2007 damals auch gelesen habe, dieses Ranking, als es rauskam und anerkennend genickt habe und mir gedacht habe, ja, das kann man schreiben. Also für mich ist das auch ein tolles Spiel. Damit kommen wir vielleicht gleich noch zu. In Deutschland schauen wir auf Kultboy und finden da die Amiga-Version in der Regel in der ersten Hälfte der 70er. Wertungen DOS dagegen Mitte 80er. Außer die Tests für die Disketten und CD-Version in der PC-Player, die beide mit 74% bewertet wurden. Und da bekomme ich tatsächlich heute noch Herzrasen. Wir haben ja die PC-Player 594. Die Wertung liest sich erstmal hart, diese 74%. Aber das Fazit dagegen, das ist durchaus wohlwollen. Jörg Langer schrieb da, UFO ist ebenso originell wie ungewöhnlich. Unbeschwert dürfen sie ihre aus diversen Alien-Filmen geborenen xenophoben Neigungen ausleben und die Erde gegen den Ansturm böser außerirdischer verteidigen. Die Verquickung von Strategie, Position der Stützpunkte, Forschung, Wirtschaftssimulation, Einkauf von Personal, Bau der Basen und Taktik, Einsatz der Soldaten, ist ziemlich gelungen. Vor allem die scroll- und zoombare Weltkarte hat mir gefallen. Schade finde ich nur, dass das Verfolgen und Abschießen der UFOs rein abstrakt gehalten wurde. Bei diesem Konglomerat an verschiedenen Spielideen würde sich eine Miniflugsimulation ganz gut machen. Der dickste Kritikpunkt ist die mit der Zeit ziemlich nervende Steuerung jedes einzelnen Soldaten im Taktikteil. Es macht einfach wenig Spaß, erst einmal Minuten lang das Gelände zu erkunden, bis sich das erste Alien zeigt. Und das ist lustig, was er hier sagt, weil gerade das, finde ich, macht auch ein bisschen den Reiz aus. Dieses Spannende, du weißt nicht, wo der Gegner steckt, dieses Erkunden, dieses Absuchen, das sind halt wie so Skirmish-Duelle auf einem Tabletop. Und das ist halt natürlich was, das Tabletop, das frisst Zeit und darauf musst du dich einlassen wollen. Und wenn du so eine Vermengung aus Brettspiel und Computerspiel wirklich haben willst, dann ist das, finde ich, wirklich nahe an der Perfektion. Wenn du das nicht willst, dann ist dir das halt zu langsam und dann nervt es dich. Also ich verstehe da schon beide Seiten, aber ich bin eher auf der Seite der Leute, die das toll finden. Und vielleicht ein Nachtrag aus dem Jahr 2023, weil ich habe es erst vor drei Jahren oder so neu gespielt. Es macht auch wenig Spaß, vor allem, wenn man noch so Anfangstruppen hat, aus dem Shuttle rauszulaufen und sofort zusammengeschossen zu werden. Das kann nämlich auch passieren. An dieser Stelle natürlich einen ganz lieben Dank an unseren Freund, den Jörg Langer, der sich hier bereit erklärt hat, sein Fazit nochmal für uns einzusprechen. Vielen Dank, Jörg. Ganz toll, dass du das gemacht hast. Hallo an die Nerdweltenhörer und danke, dass ich einen kurzen Cameo-Auftritt machen darf zu UFO. Das habe ich damals übrigens nur als Nebentester gespielt. Meine Wertung wäre eher in Richtung 79 gegangen. Damals statt Heinrichs doch etwas harter 74 Prozent. Aber ich hätte definitiv keine 80 gegeben. Und ja, also das etwas später erschienene Check-It Alliance war aus meiner Sicht das weit überlegene Spiel mit ähnlichem Konzept. In der Powerplay des gleichen Monats hat Volker Weiz uns die Blumen gezeigt und ein super. Das Spiel bekam 86 Prozent und entsprechend auch das Powerplay besonders empfehlenswert. Und er schrieb Tusch-Jubel-Sekt-Korken-Knall. Ein neues Spielkonzept. Darf ich kurz? Hast du damals das Mad Magazine gelesen? Ja. Mit diesen Wortlautschritten. Also eins zu eins Mad Magazine. Ja, genau. War die englische Unterabteilung von Microprose bisher durch ihr gebremste Spaßausbeute aufgefallen, langt sie zum sentimentalen Abschied noch einmal voll hin. Die technisch unscheinbare Mischung aus Wirtschaftskalkül- und Strategengeschick entpuppt sich bald als Langzeit-Urknall mit Motivationsnachbrenner. Der haut da aber raus, oder? Der haut da raus. Das ist Lien Hatschow. Wow. Wer die ersten Alien-Adefakte eingesammelt hat und mit knirschenden Zähnen auf deren Auswertung wartet, wird selbst bei eingeschaltetem Zeitraffer Tage und Wochen vor dem Rechner verbringen. Alien-Hengst hat zwar nicht Unrecht, wenn er die langwierigen Kampfsequenzen bemäkelt. Der Michael war es wohl etwas zu lange, die zudem einige spielerleichternde Features vermissen lassen, aber andererseits gibt es genug zu planen und bedenken, dass etwas Ruhe nicht schaden kann. Die hochkomplexe Mischung bringt den Kick. So viele unterschiedliche Spielfunktionen sind nicht oft in einem einzigen Programm vereint. Plötzlich achten selbst eingefleichte Strategen auf ihr Bankkonto und nüchterne Buchhalter schultern die Laserwumme. Das hat also hier sehr gelobt, diese Vielzahl an unterschiedlichen Elementen, was zu Recht, das funktioniert ja auch super. Ich meine, es gibt auch Spiele, da ging das massiv schief, dass man Feature-Creep hatte und alles Mögliche reinpackt. Aber hier war es einfach eine tolle Mischung und das hat die Powerplay auch attestiert. So Hadi, was ist denn dein Fazit zu diesem Spiel? Das ist eher ein Brett als ein Spiel, würde ich mal sagen. Also Ufo kam zu einer Zeit, als Rundentaktik vielleicht nicht mehr der ganz heiße Scheiß war, aber für mich ist es auch heute noch ein echt gut spielbares Spiel und ich bin jetzt in der Recherche hier für diese Aufnahme, die Zeit, die ich das gespielt habe. Ich bin wieder versunken. Also ich glaube, das ist wirklich eines der Spiele, mit denen ich in meinem Leben die meiste Zeit verbracht habe. Ich mag rundenbasiert generell sehr gerne und dieses Brettspielhafte, das sagt mir einfach echt sehr zu. Und dieses Unterschore, da gibt es ja heutzutage auch immer mal wieder noch gute Titel. Terror from the Deep mag ich persönlich noch lieber und ich finde es tatsächlich ein bisschen schade, dass mein liebstes Spiel aus dieser ganzen Riege eben eins ist, bei dem Julian Gollop gar nicht selbst beteiligt war. Aber es bringt die Formel für mich einfach auf den perfekten Level. Die Mischung aus Wirtschaft, aus Rollenspiel und aus Taktik, der verzweifelte Kampf gegen die stetig größer werdende Gefahr, die Freude über wissenschaftliche Durchbrüche, die pein, wenn deine liebgewonnenen Figuren sterben. Das ist für mich nach wie vor eine der ganz großen Spieleerfahrungen und ich habe wenige Spiele so viel und mit so viel Hingabe gespielt wie UFO und XCOM. Alle anderen Spiele mit Bezug dazu müssen sich für mich persönlich hinten anstellen. Ich würde die Urspiele auch heute noch empfehlen. Wie gesagt, die gibt es ja bei Online-Anbietern oft im Angebot für, keine Ahnung, teilweise unter einem Euro. Die neueren Teile von Phyrexis, die finde ich auch toll, aber gerade in Terror from the Deep, da kommt für mich einfach nichts dran. Hey, das ist vielleicht sogar mein allerliebstes PC-Spiel. Und ja, gegen Ende ploppt dann alle paar Sekunden ein neues UFO auf und macht Ärger, aber das ist eben auch ein Zeichen des Spiels, dass du der Gefahr letztendlich nicht Herr werden kannst und den Krieg zu den Aliens nach Hause tragen musst. Man muss da wirklich lernen, zu einem Einsatz auch mal Nein zu sagen und dann die Konsequenzen dafür in Kauf zu nehmen. Und ja, das ist manchmal schmerzhaft, aber das soll es eben auch sein. Und dieser Kampf gegen Windmühlen, der wird sehr, sehr greifbar. Und deshalb hat dieses Spiel für mich auch eine so starke Narrative, obwohl es per se nur wenig Story hat. Und vor allem jeder Durchlauf erzählt dir immer eine etwas andere Geschichte von anderen Helden, die andere Schlachten schlagen. Das Zufallselement der Taktik-Bildschirme, das macht da wirklich sehr viel aus. Und natürlich gibt es da Ecken und Winkel, wo sich die besonders, wo sich die Viecher besonders gern verstecken. Aber so eindeutig ist es halt dann doch nie. Also wie gesagt, ein Spiel, in das ich immer mal wieder gerne eintauche und für mich eins der ganz großen Spiele meines Lebens. Also ich habe das damals nicht so viel gespielt wie Du, höre ich da raus. Aber ich habe es gemocht. Es war eher ein später Titel für die Taktik, für die Rundentaktik. Da gab es ja schon einfach viel Echtzeitstrategie, was man gespielt hat. Auf dem PC hat man da ja auch schon ganz andere Genres dann gespielt. 94, 95. Aber ich fand damals auch diese Atmosphäre so toll. Also insbesondere des ersten Teils. Hätte ich beim zweiten wahrscheinlich auch empfunden, aber das habe ich sehr kurz nur gespielt. Der erste Teil, diese Spielerfahrung in dieser Rolle zu stecken, dass man dieser Kommandant ist, diese Organisation, die unterschiedlichen Abläufe, was passiert jetzt als nächstes, die Zufallsbildschirme, hattest du schon gesagt, wie dann die Außeneinsätze aufgebaut sind und die Schiffe und mit dieser ISO 3D, das hat sich über diese Grafik, über diese Präsentation so toll angefühlt und war so vielfältig, dass man sich da so richtig reinwühlen konnte und eine ganz starke Immersion entstand. Obwohl man ja auch viel drumherum noch gemacht hat und diesen Wirtschaftsteil machen musste und Forschung und so weiter. Aber das hat es eben sehr unterhaltsam gemacht. Es sind viele, viele verschiedene Elemente, aber sie greifen sehr gut ineinander. Ich finde es sehr ausgewogen. Nichts überwiegt so wahnsinnig. Und ich habe es jetzt auch in der Vorbereitung wieder recht viel gespielt. Und ja, die Missionen, die können schon mal lang werden. Das ist halt etwas, wo man Geduld für braucht. Das hat man heute vielleicht, je nachdem, wie man so spielt. Weniger als damals oder vielleicht auch weniger Zeit. Aber die Faszination des Spiels, die ist ungebrochen und das ist ein ganz großer Titel der goldenen Dostzeit, muss man sagen. Ja, liebe Zuhörer, jetzt ist es wieder an euch, uns auch an euren Erfahrungen teilhaben zu lassen. Das geht natürlich über die Kommentare auf Facebook oder auf ex. Neu haben wir auch alle jetzt Kanäle auf Blue Sky. Wir haben den Nerdwelten Discord und wir haben jetzt einen Nerdwelten WhatsApp-Kanal. Wow. Da findet ihr übrigens, wenn ihr das alles gebündelt mal anklicken wollt, auf unserer wunderschönen Homepage www.nerdweltenpodcast.com. Rechts oben ein Widget, das Social Media lautet und da ist das alles aufgelistet. Da könnt ihr alles durchklicken, überall beitreten. Ganz toll. Ich habe es vorhin schon erwähnt. Wir freuen uns über Support via Patreon und Steady. Da gibt es dann die monatlichen Bonusfolgen und auch ganz wichtig, wenn ihr uns über Apple Podcasts oder auf Spotify hört, dann lasst uns da gerne Bewertungen da. Und wenn ihr euren Kaffee morgens aus einer Nerdwelten-Tasse trinken wollt, um gleich mit extra Retro-Power in den Tag zu starten, dann schaut mal in unserem Shop bei unseren Freunden von Stay Forever in Retro-Shirty vorbei. Also ich trinke morgens meinen Kaffee immer aus der Nerdwelten-Tasse. Da beginnt mein Tag immer besser. Das sind die erfolgreichen Tage. Wenn ich die Tasse nicht finde, dann die Meetings laufen schlechter. Ich schlafe schlechter. Ich habe mehr Rückenschmerzen. Also mit der Tasse wird alles besser. Okay. Also bevor wir jetzt als Quacksalber abgetan werden, beenden wir diese Folge. Jetzt kennst du doch bei Lucky Luke diese Quacksalber, die irgendwelche Sachen verkaufen und dann... Nein, es ist einfach nur eine schöne Tasse. Eine schöne Tasse. Tolle Tasse. Tolle Tasse. Wunderschön. Wie die Homepage. Ganz toll. Homepage besuchen, Tasse bestellen. Geil. Daniel, vielen lieben Dank für dieses Gespräch. Es hat mir viel Freude gemacht über dieses Spiel. zu sprechen, das wie gesagt eines der ersten war, das ich mir damals vorgenommen habe, das ich hier eines Tages besprechen möchte. Und das hat mir viel Freude gemacht, das mit dir zu besprechen heute. Und deswegen bedeutet das mir auch einiges. Danke. Das kann ich nur entgegnen. Das war eine wunderbare Reise, hier nochmal einzusteigen. Ich, da ich nicht den gleichen Bezug habe wie du, war das jetzt eine gute Gelegenheit, dass ich das nochmal rausholte, das Spiel und mich da auch intensiv mit befasse. Danke dafür und auch für das schöne Gespräch. Ich hoffe, dass das auch bei den Hörern und Hörerinnen auch so angekommen ist. Bis dahin. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Servus.